Die Situation ist völlig angespannt. Es regt mich nur noch auf. Alle reden nur über den Dschungel, aber dabei brennt doch die Hütte. Es ist absoluter Wahnsinn. Niemand hilft. Die Situation ist angespannt. Beruhig dich doch mal, Basti. Meine Güte, du bist ja völlig in Rage. Es ist doch jetzt auch keine Lösung, den Dschungel zu boykottieren dieses Jahr. Doch ist es. Doch ist es. Es ist absolut irrelevant im Vergleich zu den wahren Problemen auf diesem Planeten. Hast du hier schon mal umgeguckt? Hier absolut die Hütte brennt. Die Hütte brennt. Der Dschungel ist nicht das heißeste Thema in Deutschland. Okay, wir schauen uns jetzt alles mal in Ruhe an. Los geht's. Folge 98 von Rundfunk 17. Nee, kein Bock mehr. Die Folge ist ab jetzt beendet. Basti, jetzt komm bitte endlich mal runter. Das ist ja unerträglich hier, was du schon wieder für einen Wutbürger bist direkt zu Beginn der Folge. Meine Fresse. Ich bin kein Wutbürger, aber es regt mich alles auf. Und besonders, wenn ich auch noch an die Ausländer denke. Die armen Ausländer, die werden hier einfach marginalisiert in Deutschland von der Alternative für Deutschland e.V. Ja, okay. Also, ich habe gerade rausgehört in diesem brennenden, brennenden, sehr, sehr brennenden Monolog von dir, dass du in diesem Jahr nicht sehr gut auf das Dschungelcamp zu sprechen bist. Wie viele Menschen. Was ist jetzt konkret dein Problem? Dass es in Australien ganz wilde Buschfeuer gibt, oder was? Nee, ich sag's dir ehrlich. Ich bin dieses Jahr nicht Feuer und Flamme für das Dschungelcamp. Das ist einfach so. Warum? Was ist dein Problem? Passt auf, Leute. Ich bin ja immer eigentlich wirklich brennender Verfechter des Dschungelcamps. Ja, wir haben jetzt die Anfe... Also, Basti, das ist unglaublich geschmacklos. Es sind eine Milliarde Tiere gestorben. Und ich möchte nicht auf Kosten von süßen Koala-Babys jetzt hier so schwarzen Humor walten lassen. Bitte jetzt mal ganz real talk. Also, passt auf. Es gibt eine Situation, die mich... Also, es ist noch nie passiert. In der Geschichte von mir und meinem Twitter-Account ist es noch nie passiert bisher. Ich habe die ersten Folgen vom Dschungelcamp nicht geschaut und nicht dazu getwittert. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das haben wir gemerkt. Wir haben dich alle extrem vermisst bei Twitter. Da haben einige Ich-in-der-Klausur-Tweets gefehlt am Freitag und am Samstag. Listen kommen auch gut an. Wer ist das? Ne? Das ist auch immer gut. Aber ich habe es nicht getan, weil... Jetzt passt auf. Ich habe meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben. Ich habe meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben. Ach, und das war der Grund? Ja. Warum du es nicht geguckt hast? Ja, klar. Was denkst du? Was denkst du? Pass auf. Ich musste den schriftlichen Teil, den musste ich halt machen. Also, ich habe den Podcast selbst. Da können wir auch später drüber reden. Der steht schon. Das einzige Problem, was es noch gibt, ist der theoretische Teil. Und diesen theoretischen Teil habe ich vielleicht letzte Woche Donnerstag angefangen. Ey, das war doch so klar. Wir haben doch schon vor einer Woche, vor zwei Wochen noch im alten Jahr haben wir drüber gesprochen. Und ich habe dir gesagt, Basti, sieh bitte zu, dass du vorm Start von Ibis einfach deine Scheißseiten fertig hast. Du hast doch eh Abgabe. Wann? Heute? Morgen? Oder wann ist eh Deadline? Das ist wieder alles typisch, Basti auf den letzten Drücken. Du hättest es einfach vorher fertig schreiben können und hättest seit Freitag einfach ganz entspannt die Füße hochlegen können. Hashtag Ibis. Ich, wenn der Wecker klingelt. Ich in der Klausur. Ich in der Uni. So macht man das heutzutage. Ja, ich habe es aber nicht so gemacht, weil ich einfach, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. So. Also wirklich, ich habe viel zu tun in meinem Leben. Ich bin auf der Überholspur der Datenautobahn, auf dem Ad am Surfen. Nee, nee, nee. Und das ist einfach anstrengend, auch im Leben eines jungen Mannes wie mir. Und da habe ich einfach nicht die Zeit dafür, für sowas langweiliges wie eine Bachelor-Arbeit. Das ist unfassbar. Also du tust gerade wirklich so, als wäre so eine durchschnittliche Bachelor-Arbeit, die ja bei dir, ich will jetzt nicht sagen, dass die wenig Arbeit ist, weil du hast ja was zu tun, aber du hast ja was sehr Praktisches. Nochmal zur Erinnerung, Basti studiert ja online, Mumpitz an der Uni für Körperpflege in Darmstadt und muss einen redaktionellen Beitrag produzieren in irgendeiner Form. Und ein Format. Er hat sich quasi das Format Podcast ausgesucht und hat da eine Reportage. Das ist aber auch nicht richtig. Ja, Entschuldigung, erklärst doch selbst, Alter, warum muss ich eigentlich deine Bachelor-Arbeit erklären? Das frage ich mich auch. Ich habe eine Audio-Podcast-Sozial-Reportage-Format. Das habe ich erstellt. Mhm. So. Und das, ja, wird veröffentlicht im Rahmen von Roundy Funky. Und das ist meine Bachelor-Arbeit. Ja, und dann hat der Basti ein paar Interviews geführt, hat sich tief wie beim Jenke-Experiment in die Brandherde. Ist das witzig? Von Darmstadt, muss man aber sagen. Begeben. Und, ähm, wir haben das Ganze dann hier, ich weiß auch noch nicht genau, warum ich das dann mit ihm zusammen machen musste. Wir haben dann letzte oder vorletzte Woche haben wir dann ein bisschen was eingesprochen und haben quasi daraus eine Folge gemacht. Wir werden die auch veröffentlichen. Dazu später mehr. Ja, also ihr werdet die auch hören können in voller Länge. Ähm, aber ich meine, guck mal, jeder normale Mensch, der eine Bachelor-Arbeit schreibt, hat in der Regel sehr, sehr viel zu schreiben. Hat in der Regel einen theoretischen Teil in der Bachelor-Arbeit, vielleicht auch einen praktischen, aber der besteht bei den meisten Menschen daraus, dass man Sachen schreiben muss. Und du musst jetzt begleitend so eine Art, so eine kleine, so eine Art Flyer noch nebenbei machen, wo du so nochmal irgendwie schreibst, warum der Podcast hier und da. Und du tust so, als wäre das jetzt hier der größte Aufwand EU-West. Also Entschuldigung, das waren 20 Seiten Anstrengung pur, lieber André Derson. Aber was, worüber schreibst du? Ist das einfach nochmal die Transkribierung von dem Quatsch? Nein, nein, das muss ich Gott sei Dank nicht machen. Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Nee, ich begründe einfach die Entscheidung. Zum Beispiel begründe ich sowas, warum es eine Doppelmoderation gibt. Ja, das würde ich auch gerne. Was hast du denn da geschrieben? Das ist ja auch eh Mumpitz. Oder hab ich die Major-Quelle rausgesucht, dass über Doppelmoderationen mehr Emotionen rüberkommen, ist gefühlvoller, dynamischer wird. Ich war sehr, sehr emotional aufgeladen bei dem Thema. Ich hab nur Scheiße geredet. Und dann muss ich vorstellen, Basti hat einfach auch Sachen recherchiert, wir hatten ein Dokument und so weiter. Und ich bin natürlich dann derjenige, der gar nicht so tief im Thema war. Ich bin nicht in die Spilo in Darmstadt gefahren und hab nicht mit Suchtberatern gesprochen, aber muss ja trotzdem kompetent wirken. Aber das hat doch gut funktioniert. Also jetzt, ich hab's ja schon mehrmals angehört, das funktioniert sehr, sehr gut. Also du wirkst gut. Ich bin gespannt auf die Endversion. Ja, ich auch. Okay, aber deswegen boykottierst du, also was heißt boykottieren? Also das heißt, es ist gar kein Statement oder so, sondern es ist einfach, du hast keine Zeit gehabt, den Start zu sehen. Und alle ignorieren das, dass es wirklich ein anstrengender Teil des Lebens ist. Hätten wir Je Sui Basti und irgendwie schwarzes Profilbild machen sollen oder was? Und man muss auch ehrlich sagen, ich finde, no front an niemanden, aber mittlerweile zu diesem ganzen Trash-TV, besonders Ibis zu twittern, ist schon eine anstrengende Sache. Also besonders, wenn man nach diesen zwei Wochen fertig ist, da fühle ich mich erstmal so, als ob ich Urlaub brauche. Ja, es ist dieses typische Matthias-Mann-Japanen-Meme am Ende. Ich hab mein Leben wieder. Genau. Wenn man einfach wieder in seine normale Routine kommt. Ja, es ist, weil das ist ja auch ein super anstrengender Prozess. Also es ist ja nicht einfach so, hey, ich denk mir jetzt was Witziges aus, sondern es ist so, ich klippe zuerst diesen scheiß Clip da raus, um den dann möglichst schnell zu croppen. Aber da haben wir uns ja auch ein bisschen reingebracht, Basti. Das ist ja nichts, also das ist jetzt ja ein Thema, das wird niemand relatable finden. Es gibt unter unseren Hörern vermutlich viele, die das Dschungelcamp gucken. Es gibt vielleicht auch einige, die auch dann dazu twittern aktiv. Aber niemand ist so involved. Wenige, drei, vier, fünf Leute haben überhaupt technisch die Möglichkeit, Screenshots zu machen. Screenshots ein paar rausklippen kann eh fast niemand. Aber es ist ja auch egal. Wir reden über unsere Probleme und nicht über deren Probleme. Ja, aber die haben wir uns ja selber auferlegt und du kannst sie ja auch selber kontrollieren. Du kannst ja selber sagen, ich hör auf mit diesem Videokram, weil mir das zu viel Arbeit ist. Ja, das ist theoretisch so. Das ist theoretisch so, aber dafür sind diese Tweets dann zu erfolgreich und dann ist es halt zu beschissen, wenn man es nicht mehr hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man in dieser Dopamin-Haushalt nicht mehr so unter Kontrolle geraten ist oder außer Kontrolle geraten ist, weil das hat völlig, du kriegst die Faves, ballern rein, ein Retweet von Anredo und man denkt sich so, oh, jetzt bin ich endlich Fame. Ja, ist doch nicht so. Naja, und das ist einfach ein geiles Gefühl und dafür musst du guten Content bringen. Und guter Content, das kann ich nicht. Und deshalb crop ich einfach irgendwas raus und nehme es aus dem Kontext raus und dann ist es ich in der Klausur halt. Ja, das ist ein bisschen das Geheimrezept. Es ist schlimm, dass sowas wirklich funktioniert. Aber wie sieht das denn, jetzt mal ganz offen, du twitterst zu allem und du hast doch bestimmt auch irgendwo diesen Druck, dass du immer funny sein musst, dies, das, ne, funktioniert, ne, wissen wir ja beide, aber das muss doch auch anstrengend sein. Es geht. Also das ist natürlich im Januar schon eine besondere Zeit durch den Dschungel, durch diese zwei Wochen täglich, durch den Bachelor und DSDS und Germany's Next Topmodel fängt ja auch noch diesen Monat ausnahmsweise an. Da kommt schon viel zusammen, aber das ist ja für mich so komisch, wie es irgendwie auch nur für Außenstehende scheint, eine Art Hobby. Also ich hab halt wirklich, das hab ich ja auch schon häufiger gesagt, ich habe keine normalen Hobbys. Ich habe als Hobby, wenn man es denn so nennt, diesen Podcast und noch den Trash-TV-Talk und dann wird's schon tatsächlich dünn. Ich habe keine wiederkehrenden Aktivitäten, ich bin in keinem Verein. Du gehst extrem oft in die Therme, also Entschuldigung. Ja, so einmal im Jahr maximal zweimal. Du badest sehr gern. Chillen, Chillen XD ist auch noch dabei. Ja, genau, Fahrradfahren. Das hab ich früher schon, als ich in Freundebücher schreiben musste, schon gemerkt, bei dem Feld Hobbys, da wird es dünn. Klar, dann steht dann da Fahrradfahren. Fahrradfahren, Zocken, Playsi, Butter und so weiter, da schreibt man dann irgendwelche Sachen rein. Butter, Butter ist mein Hobby. Es wird irgendwann halt relativ dünn und es hat sich bis heute nicht geändert. Und es ist schwierig, auch so, weil du keinen Conversation-Starter hast, weil du kein Smalltalk-Thema hast. Klar, das Alman-Thema schlechthin, Wetter geht immer, aber sobald es irgendwie darum geht, ja und was machst du so in deiner Freizeit, dann versucht man schmunzelt irgendwie zu sagen, ja, also ich schlafe sehr gerne, ich esse sehr gerne und Fernsehen ist my life oder was auch immer, wird dünn. Aber das ist ja auch so, ich hab da genau dasselbe Problem. Für mich gibt es zwei große Säulen in meinem Leben. Einmal das Problem Hobbys und einmal das Problem Talente. Beides hab ich nicht, ne, es gibt es nicht. Oh, hängt ja oft auch miteinander zusammen. Also aus einem Talent kann ein Hobby werden und andersrum. Genau, richtig. Und dann hab ich mir so die folgende Situation vorgestellt. Ich hab mir die Frage gestellt, hey, ich hab mir so Pick-up-Artist-Videos auf YouTube angeguckt, da hab ich mit einem Kumpel gelabert währenddessen über die ICQ-Skype-Verbindung, über MSN, Proxyserver. Und dort haben wir dann darüber geredet, wie man theoretisch im Prinzip in so einer Flirt-Situation wäre. Ähnlich wie wir das auch schon öfter durchgespielt haben. Und ich hab drüber nachgedacht, was wohl passieren würde, wenn ich so jetzt einen potenziellen Partner neben mir hab auf so einer coolen Hausparty, alles ist entspannt und cool, wir trinken irgendwie Wodka eh, die Mische knallt richtig rein, dies, das. Und man sitzt so nebeneinander und dann ist diese, deine Love-Interest sitzt dann neben dir und sagt sowas wie, ja, meine Schulter tut weh, ich hab das letztens beim Bouldern ist das passiert. So, was sagst du dann? Also meine Reaktion darauf wäre dann, Alter, du boulderst das, ist ja mega peinlich. So, ich verurteile aber auch jedes Hobby. So, Poetry-Slam, Bouldern. Ich muss gerade nochmal überlegen, Bouldern ist dieses Klettern in einer Halle, oder was ist das? Ich denk bei Bouldern immer irgendwie an Rudern oder sowas. Ich wusste tatsächlich jahrelang nicht, was Bouldern ist, bis es wirklich schon mittlerweile ist, es ja gefühlt schon wieder auf dem absteigenden Ast der ganze Trend, aber vor so ein paar Jahren war das ja so der Riesen-Hype, sowas wie Flüchtlingsheime anzünden und so. Und ich hab nie richtig gewusst, ich wusste auch am Anfang der sogenannten, wie sagt man es, wertfrei, nicht Flüchtlingskrise, sondern Einwanderungswelle, I don't know, nee, klingt auch so negativ, wusste ich nicht, was Refugee heißt. Ich dachte immer, wie Schiedsrichter. Ich hab's echt nicht verstanden. Same, same, same. Bei mir ist es auch so, Sims hat mir beigebracht, was Harndrang ist und ein Techtelmächtel. Oder ein Negligé, genau so. Das sind alles so Dinge, die hätte ich niemals sonst gewusst. Ja, Sims hat mir auch beigebracht, was Falafel ist. Echt? Weil man konnte dann Falafel kochen und ich denk so, was für ein Fallapfel und so. Also in meinem Leben, dann haben wir doch ein Hobby, Sims. Aber ich hab auch schon lange nicht mehr Sims gespielt. Boah, ich hab so in Ewigkeiten keinen Sims mehr gespielt. Nee, aber wie würdest du denn auf so eine Situation reagieren? Einfach mal, wir spielen das jetzt ganz kurz durch. Ich bin dein Love Interest und ich sag so, Anredo, ich hab irgendwie Schulterprobleme. Ich hab letztens geboldert. Soll ich dich massieren? Und dann haust du die weg? Nee, aber für mich wäre das jetzt nicht die Aufforderung, über meine Hobbys zu reden, sondern das klang gerade so nach, meine Schulter kannst du mich mal einrenken und so. Kann ich natürlich auch nicht. Ich bin auch kein Chiropraktiker. Auch diesen Begriff hab ich durch Two and a Half Men gelernt. Ja, aber was ist, wenn du es dann machst? In der Situation, dann massierst du die Person, tust dir weh, dann haben wir auf Lebenszeit Schulterprobleme. Du kannst doch nicht in, wo war jetzt das Setting gerade? Bar? Klar? Auf einer Hausparty. Shisha-Bar? Okay, auf einer Hausparty kann man schon irgendwie mal kurz da so drauf, aber du fängst ja jetzt keine Massage an, aber du kannst ja irgendwie, wie man so sagt, oh, kratz mich mal, ja, da, tiefer, ah, ja, hm, ja, genau, danke, tschüss. Und sowas geht natürlich, dass man da einmal ganz kurz die Krallen, die Kindergartenkrallen ausfährt, aber ich will ja jetzt nicht irgendwie so einen Massagetisch mit so einem Loch irgendwie rausholen. Deswegen, ja, ich würde dann da wirklich vermeiden, lieber. Du hast ja dabei, wie so Sims diesen scheiß Besen aus dem Rücken rausholen und du dann so in diesen Massagetisch stellst dich mit diesem Loch. Wurdest du schon mal professionell massiert? Nee, noch nie. Ich auch nicht. Aber das ist wohl auch, das ist auch, das wäre vielleicht auch schon wieder ein Thema, das man dann einschlagen könnte, weil mit Mitte 20 noch nie eine richtige Massage gehabt zu haben, scheint wohl ungewöhnlich zu sein. Also ich rede mit ganz vielen Leuten. Wer sagt das? Na, alle sagen immer, ja, also, alle zwei Monate muss man das doch machen, das tut so gut und so. Ich möchte gar nicht so geknetet werden von keinem, weder von fremden Leuten noch von Leuten, die ich kenne. Und auf so eine professionelle Weise, man, also ich habe da ganz komische Vorteile, liegt so wirklich auf diesem Ding. Allein dieses Liegen wäre schon nichts für mich, weißt du? Ich mag das ja auch schon nicht. Also mein einziger Körperkontakt im Rahmen von Dienstleistungen ist ja der Friseur. Und selbst das versuche ich ja wirklich aufs kleinste Maß irgendwie runterzukriegen, dass ich nicht, wie so der Durchschnitts, ja, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einige Menschen, die sehr, sehr oft zum Friseur gehen und sich die Seiten fresh machen irgendwie. Dann sind die hier alle drei Wochen da oder so. Das würde ich gar nicht wollen, weil ich einfach nicht in so einer Regelmäßigkeit von Menschen nah, von fremden Menschen dann so nah und dann machen die mit ihren Fingern da rum und dann bezahlt man Geld dafür und das sieht eh immer scheiße aus. Und dementsprechend hätte ich auch gar keinen Bock, das noch zu erweitern auf eine Massage oder auf eine Pediküre, Maniküre, Augenbrauen zupfen, Waxing, was auch immer. Das finde ich ekelhaft. Zwei Schritte zurück. Was hast du ja gesagt? Eine Personengruppe, die du nicht erwähnen möchtest. Ich habe mal so einen antisemitischen Verschwörungstheoretiker gehört, der hat das ungefähr genauso über Juden gesagt. Also ich war letzte Woche beim sogenannten Friseur mal wieder. Ich war dieses Jahr noch nicht. Ich war, glaube ich, zuletzt am, das ist auch eine Story, da habe ich das schon erzählt. Das letzte Mal beim Friseur war ich am 11.11. Wie gesagt, ich wohne ja in Köln und das weiß ich noch, weil als ich jetzt letzte Woche da saß, habe ich überlegt, wie lange war es denn jetzt eigentlich nicht? Und das waren dann jetzt halt echt schon fast zwei Monate. Das war auch wieder mal nötig, finde ich. So, und dann ist mir, jetzt zur 11.11. Story. Ich war am 11.11. um 11.11 beim Friseur. Was? Warum? Zufällig? Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte da frei und war aber nicht irgendwie hier Feiermaus-mäßig unterwegs. Und in der Straße, in der der Friseur ist, war jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht komplett in der Innenstadt, da wo am 11.11. die sogenannte Gaudi abgeht. Aber trotzdem ist ja da in Köln einiges los. Und das ist ja, ich habe das schon öfters erzählt, mein türkischer Friseur Hamid. Und da läuft normalerweise immer türkische Musik, dann sitzen da immer, also da ist grundsätzlich immer voll, aber da sitzt, glaube ich, einfach die Familie. Ich denke immer, jetzt musst du hier ewig warten, jeder Stuhl besetzt, aber dann komme ich immer sofort dran und ich habe nie einen Termin, weil ich glaube, da kommen einfach Leute hin zum Tee trinken oder zum Gebrauchtwagen kaufen oder irgendwas. Da ist immer irgendwas los vor der Tür und dann rauchen die da vor der Tür und dann läuft da Musik und so und das ist total cool. Und du tanzt so mit, machst du diesen Move, tanzt so ein bisschen mit? Ich tanze da nie, nein. Und ich möchte, mir wurde auch letztes Mal dann noch ein Getränk angeboten, aber das ist so tief. Was wurde dir angeboten? Es wurde nur gefragt, ob ich noch ein Getränk möchte, aber das war am Ende. Das war, als ich bezahlen wollte. Also was will ich denn da mit einem Getränk? Ich möchte auch grundsätzlich beim Friseur kein Getränk. Ich möchte auch nicht reden, außer hallo und irgendwie kurz sagen, was ich für ein Schritt. Was schnittst du denn da? Ja, ich habe ja keine richtige Frisur. So, das geht ja eigentlich damit los, dass ich überhaupt nicht, also es ist ja auch immer wieder ein anderer, ein anderer Hamid, der mir die Haare schneidet. Ich hatte wirklich schon gefühlt die ganze Familie einmal durch. Ich hatte sogar einmal jemanden, der, weiß ich nicht, entweder neu im Land war oder vielleicht auch taubstumm war, aber der hat halt kein Wort gesprochen und musste. Aber das war doch gut. Das war richtig gut. Das fand ich total gut, aber jemand anderes hat quasi, ich weiß nicht, ob es übersetzt war, ich weiß nicht mehr, ich glaube übersetzt, ja, wahrscheinlich einfach auf Türkisch übersetzt. Und hat, glaube ich, die Muddi, also die Muddi, die mir auch schon mal die Haare geschnitten hat, die Muddi von Hamid, der ich übrigens einen Handy-Tarif vermittelt habe, ist eine lange Geschichte, ich weiß. Die hat dann quasi übersetzt und ich dachte schon so, ach du meine Güte, was gibt das denn jetzt? Das rafft ja doch niemals. Und ich konnte halt zwischendurch auch nichts mehr sagen, aber war dann ganz okay. So, und dann wurde ich, wie gesagt, am 11.11. dort behandelt. Ich nenne es mal so, weil es ist am Ende auch ein körperlicher Eingriff in meine Person. Und da lief dann in dem türkischen Laden, wo sonst niemand zu dem Zeitpunkt drin war, weil es war unter der Woche, es war nicht am Wochenende. Und die Leute, die dann frei haben, die sind dann in der Regel feiern, lief Karnevalsmusik. Das war ein ganz witziges Erlebnis. Das ist Integration, wie sich das AfD vorstellt, wahrscheinlich. Ach, die müssen da unten bei ihren Niedriglohnsektorberufen arbeiten und schön Karnevalsmusik hören. Das beste Beispiel für Integration. Das finde ich einfach sehr, sehr schön, ja. Es war halt einfach sehr grotesk, weil es war auch nicht, ich glaube, es war auch dann so ein Karneval-Radiosender. Also es war nicht einfach so, ja, heute machen wir die Spotify-Playlist Karneval drauf, sondern es war dann so ein typischer, weiß ich nicht, Radio Köln oder irgendwie sowas, wo an dem Tag anscheinend dann so ein Motto-Dingsbums war. Ach, wahrscheinlich WDR irgendwas, WDR 2 eventuell, vielleicht wurden da parallel Großmütter beleidigt oder sowas. Aber sonst läuft da halt immer nur, und das finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, weil das gehört für mich zum Mut dazu. So, dann war ich letzte Woche da und dann war ich ja schockiert. Es hat sich scheinbar in meiner Straße, wo ich ja zwei, ich habe ja eigentlich zwei Stammfriseure, der eine ist immer komplett voll ohne Familie und der andere ist der, wo ich jetzt die letzten Male war, die haben sich doch abgesprochen, was die Preise anging. Ich habe vorher, so, jetzt kommt der Allmann wieder raus, ich habe vorher einen sehr, sehr angemessenen Betrag für diese Dienstleistung bezahlt, in Höhe von 20 D-Mark. Und das haben die jetzt einfach beide, die nicht zusammengehören, erhöht. Und zwar auf, jetzt halt dich fest, 24 D-Mark. Was ist das denn für ein Anstieg, ein preislicher, innerhalb von wenigen Wochen? Warum? Haben die auch Bonpflicht? Haben die neue Geräte kaufen müssen? Zahlen die mehr als Mindestlohn jetzt auf einmal? Warum muss ich jetzt 12 Euro bezahlen? Das musst du auch noch teuro nennen, bitte. Und was bedeutet das für mein Trinkgeld-Game, weißt du? Ich habe vorher immer 10 Euro bezahlt und ich habe dann eigentlich immer quasi noch irgendwie einen Euro oder so draufgelegt, weil ich bin sehr reich. Ich gebe grundsätzlich immer, auch beim Friseur, ich gebe beim Friseur immer Trinkgeld, auch wenn es scheiße aussieht, einfach auch aus Mitleid und aus, um nicht komplett sich schlecht zu fühlen. Weißt du, ich möchte niemanden dafür bestrafen, dass es mir gerade nicht gefällt und meistens gefällt es mir nicht, weil ich immer denke, ach du Scheiße, wie sieht das denn jetzt aus? Deswegen gebe ich immer quasi einen Euro. Was mache ich denn bei 12? Dann gebe ich ja entweder, also dann muss ich, ich finde jetzt, nee, ich finde jetzt aber 15 Euro ist zu viel. Das sind das ja 3 Euro Trinkgeld, das wollen wir uns ja nicht übertreiben gleich, dafür, dass ich da 10 Minuten drin sitze, bin da ja auch nie lang drin. Aber man gibt ja dann 10er und entweder ein 2-Euro-Stück oder ich gebe 15, aber dann sage ich ja nicht, ja, mach doch 13. Hä? Das ist so mein Struggle, das ist so letzte Woche in meinem Kopf rumgegangen. Das sind First-World-Problems. Nee, aber Trinkgeld, 100 Prozent verständlich. Ich war auch beim Friseur, stand vor derselben Frage. Aber bei mir gab es eine andere Ausgangssituation. Du bist ja schon wirklich angekommen, du bist irgendwie, weiß ich nicht, verliebt in die Mutter oder so, wie auch immer ich das gerade verstanden habe. Und das ist ja eine ganz familiäre Atmosphäre, die du da aufgebaut hast. Nee, überhaupt nicht. Da weiß keiner, wer ich bin. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß jetzt, wer der Chef ist und wie der heißt, weil der Laden so heißt. Aber sonst wechselt das da halt einfach durch. Ja, du hast mir das ja auch gezeigt. Die haben ja auch so eine ganz komische Expansionsart. Also irgendwie, dass die eine Hälfte irgendwie mal dazugehörte. Die eine Hälfte ist jetzt eine Pizzeria, das ist ganz merkwürdig. Da war auf einmal ein Ofen, der da reingebaut wurde, so ein Steinofen. Und dann wurde die Wand einfach um fünf Meter verschoben. Dann war der Laden kleiner. Also, ach, pass auf. Und ich war nämlich auch beim Friseur. Ich hatte nämlich, ich habe einfach absurd lange Haare bekommen und habe die einfach nicht abgeschnitten, einfach weil ich diese dumme Blondierung in den Haaren hatte. Und dachte mir so, hey, ich lasse das jetzt rauswachsen. Und wenn ich es dann ganz abschneide, dann habe ich vielleicht wieder eine passable Frisur danach. War natürlich nicht so. Spoiler, ich habe jetzt so blonde Strähnen wie in den Nullerjahren, wie so ein Surferboy mit so Haifischzahnkette und so Lederarmbändern. Und der macht immer so den Daumen und den kleinen Finger, spreizt du so ab und dreht so die Hand. Geil. Das ist das Telefonieren zeigen. Genau, dieses Telefonieren zeigen. Aber das machst du nicht als Telefon, sondern weil du so ein cooler Surferboy bist. So sieht das aktuell aus, ne? Es ist wirklich einfach unangenehm. Pass auf. Und ich war seit Ewigkeit nicht bei meinem Friseur und habe keinen Stammfriseur in Darmstadt gehabt. Und dann bin ich zu diesem Friseur hingegangen und ich dachte mir, Gott, das wird ja peinlich, ne? Meine Frisur sieht aus wie die Hölle, so. Die sind viel zu lang, die sind so peinlich blondiert. Das wird einfach unangenehm. Da habe ich mir gedacht, ich will keine komischen Nachfragen haben. Ich möchte nicht gefragt bekommen, warum ich Geheimratsecken habe. Ich möchte nicht gefragt bekommen, warum die Haare so blondiert sind. Ich will nicht gefragt bekommen, warum meine Haare so dünn sind, aber so fein sind und so weiter und so fort. Okay, das hört sich gerade an, als ob ich Next Level Haarausfall habe. Aber so krass ist es auch nicht. Aber ich hatte schon immer feine Haare. Das ist sowieso Hustle of Doom. Hustle of Doom. Ich habe, seit ich 17 bin, Geheimratsecken. Aber die sind einfach nie wieder weggegangen. Solange sie nicht noch größer werden. Wir haben beide safe in fünf Jahren ganz, ganz komische Haare. Ich glaube, wenn wir den Podcast wirklich weiterführen irgendwann und irgendwann gibt es ein neues Cover, dann haben wir, glaube ich, beide so einen Drei-Millimeter-Schnitt. Aber wenn ich so ganz, ganz kurze Haare komplett habe, das steht meinem Kopf auch nicht. Deswegen versuche ich das noch ein bisschen hinaus zu zögern. Bei dir sieht es aber gut aus. Nee, das steht mir überhaupt nicht. Ich hatte es noch nie, außer als Neugeborener. Ansonsten waren die immer ein bisschen länger. Aber ich habe ja große Photoshop-Skills. Und da gibt es ja hier Face Swap, dies, das und so. Und mit Glatze. Ja, mein Kopf wirkt halt sehr quadratisch. Hast du schon ein Loch am Hinterkopf? Nein, hinten überhaupt nicht. Hinten habe ich noch den Hubschrauber-Landeplatz. Den habe ich nicht. Da bin ich froh, weil den haben sehr viele. Bei mir ist es dann auch eher vorne. Das kann man vorne noch ganz gut irgendwie ein bisschen so stylen, dass es nicht extrem unvorteilhaft ist. Aber hinten kannst du in der Regel auch so sprühen und so. Und dann wird es ganz entwürdigend. Und wenn du zum Beispiel schwarzes Haar hast und dann so, oder deck, wie heißt das, dieses Pulver, was du dir auf den Kopf kippen kannst und so. WD-40 oder sowas. Da möchte ich gar nicht mit anfangen. Also ich bin noch in einer sehr glücklichen Lage, wo ich nicht, ich muss jetzt nicht irgendein kräftigendes Whatever-Shampoo nehmen. Ich muss mir nicht ein Haarteil dranklatschen. Ich kann das irgendwie durch Föhnen und ein bisschen Wachs und so. Und einige. Aber ist sie trotzdem nicht, also ... Ja, das habe ich auch immer so gehandhabt. Das habe ich ja, wie schon gesagt, seit ich 17 bin. Ich bin da mittlerweile drin. Ich hoffe nur einfach darauf, dass es nicht weitergeht. Ich habe so panische Angst davor, dass es hinten losgeht, weil dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Naja, egal. So, solche Fragen möchte ich nicht gestellt bekommen. Also dachte ich mir, bastus fantastus, ich mit meinem klugen Gedanken dachte mir so, okay, je teurer der Friseur ist, desto diskreter wird die ganze Situation. So, dann habe ich den teuersten Friseur in ganz Darmstadt rausgesucht. Wie macht man das? Googelt man dann teuerster Friseur Darmstadt oder was? Und dann gibt es ein Ergebnis. 40 Euro gezahlt. Haben die das auf ihrer Webseite in den SEO, in den Keywords mit drin? Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Der hatte einfach mehrere Eurozeichen. Der Friseur hatte ja auch so einen exklusiven Namen, so Gold, Gold-Style bei Heike Brombach oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Das hatte so einen Schmidt-Meyer-Schachtelfuß-Namen. Aber es sah sehr, sehr exklusiv aus. Und vor allem, der hatte 21 bis, nee, bis 22 Uhr offen. Also hatte ich meinen Termin um 21 Uhr. Liegt dann da so extrem laute Technomusik und es war Schwarzlicht drin? Nee. Und, pass auf, ich konnte online den Termin buchen. Das war ein Traum. Und dann 21 Uhr gehe ich da hin, alles ruhig, alles geil, ne? Und dann gehe ich halt da hin und ich hatte halt panische Sozialangst, ne? Panisch. Also habe ich mir wirklich, weil ich mir irgendwie, weil ich wirklich so angsterfüllt war, habe ich mir gedacht, okay, und jetzt wird es wirklich traurig. Okay, ich ziehe mir jetzt die teuersten Klamotten an, die ich habe, dann bin ich reich und dann traut der sich nicht ganz so viel zu sagen, so. Davor hatte ich riesige Angst. Ich weiß auch gar nicht, wie irrational das auf Level Irrationalität war. So wahrscheinlich eine glatte 10 von 10. Gehe ich da rein, wir haben so gequatscht. Dann fragt er mich so, ja und, studierst du oder? Oh, du denkst schon so, na fuck, der Blatt ist überhaupt nicht aufgegangen. Ey, und dann, genau, es ist überhaupt nicht aufgegangen. Und dann meinte ich so, ja, ich bin so Social-Media-Typ und Internetstar. Nein! Und er so, was bist du? Und ich so, Influencer, Influencer-Ding. Oh Gott, aber das eröffnet doch noch viel mehr unangenehme Fragen. Er hat Gott sei Dank nicht weiter nachgefragt. Ich habe dann gesagt, ja, dieses Influencer-Ding. Weil er dann gesagt hat, was? Und ich, ja, Influencer-Zeug. Aber es war ein Ehrer. Schreib mal, was waren da für Leute, die da gearbeitet haben? Das war jetzt nicht der türkische Friseur, das war jetzt nicht die mit den roten Clownshaaren, wie es bei so einem Dorffriseur oder so ist. Nee, das waren wirklich selten schöne Leute. Die waren alle sehr attraktiv. Und ich kam auch rein. Da wurde mir schön mein Burberry-Trenchcoat abgenommen. Wurde richtig die abgenommen und so. Und auch so edle Einrichtungen und sowas. Also nicht so hässlich-weiß-gefließt und so. Erste Sahne. Sah erste Sahne aus. Eigener Bereich. 40 Euro. Dafür, dass es, da wurde jetzt nix, wurden die noch gewaschen? War das mit drin? Ja, gewaschen. Und auf Styling habe ich verzichtet. Das hat ja noch mehr gekostet, wenn die da einmal noch irgendwas reingehen. Nee, nee, nee. Ich habe den gesamten Preis gezahlt, habe aber gesagt, ich möchte bitte kein Styling. Okay, dann ist natürlich jetzt die Frage bei 40 Euro, die sogenannte TGF, die Trinkgeldfrage. Wie bist du damit umgegangen? Nee, ich habe wirklich, ich habe vorher 50 Euro abgehoben, habe dir 50 Euro da hingelegt und gesagt, stimmt so. Ich wollte da einfach nur raus. Warst du bei diesem Friseur dann nochmal? Ich würde da nochmal hingehen, ja. Aber du warst doch jetzt nochmal. Oder war das der Besuch? Nee, das war der Besuch, das war der Besuch jetzt. Aber heißt das jetzt andersrum, dass du auch damit deinen Stammfriseur vielleicht gefunden hast? Ja, weil es einfach so angenehm ist, weil du sitzt alleine dort. Ich war die einzige Person, die bedient wurde. Ja, weil kein Mann 40 Euro für so eine Durchschnitts, also klar, wenn ich hier richtig färbe oder als Mann mir Extensions an die Fingernäcke dran mache oder was auch immer, dann vielleicht. Aber so ein normaler Schnitt, klar, der kann auch, der ist jetzt bei mir sehr günstig, aber so, ich glaube, 20 Euro ist da so der Durchschnittswert und 40, da muss man schon überlegen, was, also wodurch der Mehrwert kommt. Warum soll ich dann 40 Euro bezahlen? Klar, wenn das die Behandlung für dich ist dort, ich nenne es ja Behandlung. Ich fand es gut, wie kreativ die Leute an meinem Problem gelöst, meinem Problem aufgearbeitet haben, weil ich bin da hingegangen und dann irgendwann habe ich mir halt wirklich, so schwierig es ist und ich weiß, ihr kennt das wahrscheinlich alle selbst, wenn man riesige Angst hat vor gewissen Dingen, zum Beispiel bei mir ist halt so Geheimratsecken, hey, was ist denn mit der Haarfärbesache los und irgendwann, entweder man vertuscht es oder man kriegt es irgendwie hin, über den eigenen Schatten zu springen und das anzusprechen. So, und das habe ich geschafft, ich habe es angesprochen. Und dann haben wir halt gemeinsam, kreativ halt. Wie ist denn das passiert? Du wolltest ja eigentlich gar nicht darauf angesprochen werden. Wie kam dieser Sinneswandel, dass du auf einmal gesagt hast, okay, jetzt spreche ich es von mir aus an. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mich wohl gefühlt. Das war einfach ein gutes Ambiente. Ja, und natürlich irgendwie so selbstironisch Flucht nach vorne, ne? Dieses, ja, das Problem ist offensichtlich hier. Und die konnten wahrscheinlich auch deutschfehlerfrei. Ja, ja, die waren alle, ja, das waren alles Allmars. Und dann, dann haben wir halt kreativ an diesem Lösungsprozess gearbeitet. Hey, wie kriegt man das hin, dass es cool aussieht? Oh, die blonden Strähnen, da ist vielleicht ein Problem. Hey, ich versuche es mal so. Wie sieht es mit den Seiten so aus? Ja, ist cool. Und hinten sieht es so aus. Da können wir die Blondes so ein bisschen na, na, na. Und oben im Deckhaar brauchst du ein bisschen längere Haare, da, 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 da. Und so, und da hat man zusammen im Prinzip diesen Problemlösungsprozess durchgezogen. Der Typ war hardcore nervös. Das fand ich irgendwie crazy. Ja, weil du gesagt hast, du bist ein Star. Der hat wahrscheinlich echt noch krass gegoogelt und so. Hat reicher, reicher Influencer da am Start. Und wird dann natürlich zu deinem Profi gekommen sein. Pass mal auf, da war eine so unangenehme Situation. Ich hätte mir wirklich, ich dachte mir wirklich, ich hau gleich meinen Kopf in den, in den Spiegel vor mir rein, ne? Ich presche da so rein mit dem Kopf. Ich hab so, erst mal so ein Bild von Google gezeigt. Ja, so ungefähr sollen die Seiten aussehen. Und dann hab ich gesagt, ja, und von vorne soll's ungefähr so aussehen, hab ich gesagt. Und dann hab ich ein Bild von mir gezeigt. Das sieht man auch bei meinem Instagram. Das ist aus, ähm, das ist von Mitte, Mitte Anfang letzten Jahres. Da war ich in London in Selfridges. Da hab ich so ein Agnes Studios schwarzes T-Shirt an und seh verboten gut aus. Weil die, weil das, weil das Licht in dieser Kabine so gut aussah. So, und da hatte ich eine ganz okaye Frisur, braune Haare und so. Und das hab ich dann vorgezeigt, ne? Und dann der so, ja, so könnte man's ja machen. Aber deine Frisur ist ja gar nicht dafür ausgelegt, ne? Oder, das bist ja nicht du. Sorry, dein Gesicht ist ja dafür gar nicht ausgelegt. Aber dein Gesicht jetzt, das funktioniert ja gar nicht so richtig bei dir jetzt. Und ich so, hey, warum? Ja, guck mal, der hat ja eine ganz andere, den du mir zeigst, der hat ja eine ganz andere Haarform. Und ich so, Entschuldigung? Das bin ich? Gott, das ist ja wirklich mega Panne. Ja, aber die kriegen halt safe die ganze Zeit Fotos von anderen gezeigt. Das hab ich auch schon gemacht. Das war so ziemlich der peinlichste Moment, als ich, das ist bestimmt schon über zehn Jahre her. Da hatte ich, glaub ich, gerade so das erste Smartphone irgendwie. Da hast du so ein Bild von mir im Prinzip gezeigt. Und hab ein Bild, ich weiß gar nicht mehr, von irgendeinem Promi, wo ich dachte, so möchte ich die Haare haben. Und dann hat man natürlich, und dann denkt man schon so drei Tage vorher, ja, genau, wenn ich zum Friseur gehe, dann zeig ich dieses Bild. Und dann seh ich genauso aus. Und am Ende, naja, so einfach ist es halt nicht. Das ist seitdem nie wieder gemacht. Ich glaub, das hassen die, wenn man denen irgendwie so einen Promi, so einen Weltstar irgendwie hier zeigt mit dem neuesten Haircut. Und dein Kopf dazu nicht passt, deine Haarfarbe, deine Haarlänge auch nicht passt. Das ist einfach scheiße aussieht am Ende. Ich hoffe, du machst das wie bei GTA San Andreas, wo du dir so eine ganz andere Frisur, du gehst zum Friseur, hast vorher eine Glatze und wenn du rausgehst, hast du so ein Afro. So hätt ich gern meine Haare. Nee, das war super unangenehm und am Ende halt einfach dieses wirklich, ich wollte einfach möglichst schnell raus, weil ich echt am Schwitzen war wie die Hölle, Alter. Und wollte halt super schnell eine rauchen und musste halt immer noch dieses, ich war im Zwiespalt zwischen, hey, bin ich jetzt nahbar und cool, weil ich so ein bisschen edgy und so ein bisschen auf selbstironischer Ebene bin, oder versuche ich immer noch meine reiche Fassade aufrechtzuerhalten, die natürlich völliger Quatsch ist, das wissen wir ja alle. Und dann habe ich halt wirklich diese Kurzschlussreaktion gehabt, ja, hier kommt Zehner, Trinkgeld raus, ne. Also es war wirklich, es ist einfach gescheitert auf allen Ebenen, absolut gescheitert. Und Frau Dr. Farmos sah die ganze Zeit neben mir, saß die ganze Zeit neben mir und hat im Prinzip meine Hand gehalten, aber hat kein Wort gesagt, das hat's noch viel unangenehmer gemacht. Die hat nicht ein Wort mit mir geredet. Oh Gott, die Hand gehalten, das würde jetzt sonst, als hättest du irgendwie Weisheitszähne, die rausgenommen werden oder was. Boah, ich hatte riesige Angst davor, das sind so komische soziale Interaktionen, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Es gibt so alltägliche soziale Interaktionen, die einem eine höllische Angst machen. Und ich habe auch die ganze Zeit, ich habe mich so scheiße währenddessen gefühlt, weil ich nicht seine Zeichen verstanden habe. Und ich habe so einen Drall, das in meinem Kopf immer so zur Seite geht, so schräg ist. Und er hat den immer wieder gerade gemacht. Und ich so, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Dann habe ich einmal so ein Zeichen von ihm falsch gedeutet. Er so, hey, warum bewegt sich die ganze Zeit? Ich so, ich dachte, das wäre so, oh. Boah, das hat mir so Angst gemacht. Das ist aber auch immer so schlimm, weil man da ja so ausgeliefert ist. Du sitzt in diesem, auch diese Stühle, diese Stühle sind ja schon sehr, sehr, sehr speziell. Und dann können die die so hochbocken und runter. Und dann kriegst du so einen Umhang um, als wärst du irgendwie Vieh, weißt du? Und dann sitzt du da wirklich so drin und bist so eingee... Und dann, ja, dann macht der mit dir alles und dreht der dich rum und pumpt das Ding hoch. Und dann fasst der so, so möchte gern sanft mit den Fingern, wird dann immer der Kopf so geneigt. Und du denkst so, ja, Entschuldigung, dass ich das nicht direkt wusste und so. Und ich werde dann auch immer so unterwürfig und denke dann immer so, okay, ich will ja mitspielen, ich mach ja, wie du denkst und so. Und ich denke, eigentlich, es ist ja eine fucking Dienstleistung für mich, ich bezahle dafür Geld. Und trotzdem kehren sich die Rollen so um, dass man so denkt, Entschuldigung, dass ich das nicht so, dass ich nicht mitspiele. Ja, genau das, genau das, das hab ich bei super vielen Dienstleistungssachen, dass man sich so, eigentlich, eigentlich sagt man so, das ist schon ein komisches Prinzip. Eigentlich ist es so ein bisschen, als ob man sich so eine Domina, so eine Femdom bestellt und die bezahlt. Man bezahlt dafür, um unterdrückt zu werden. Demütigt zu werden und sich scheiße zu fühlen am Ende. Ja, gedemütigt, einfach demütigend die ganze Sache. Das ist einfach peinlich. Und das ist super komisch. Das ist ja auch beim, ich find, das ist beim Essen gehen auch so. Wenn du in so teure Restaurants gehst, dann sofort so ein bisschen super unangenehm. Oder ich hab das ja auch mit meinen Designer-Klamotten-Shops, ne, da bin ich auch super unterwürfig. Absolut, absoluter Wahnsinn. Also Basti, du bist schon wieder komplett in Rage, weißt du. Und auch dieser Beginn der Folge mit deiner Bachelorarbeit und Pipapo und wahrscheinlich, wenn wir gleich hier auf Stop drücken, dann schreibst du wieder wild weiter. Ich seh da wirklich eine Gefahr, dass du abstürzt. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass da, du hast jetzt so viel, ähm, auf einmal gefühlt Arbeit vor dir. Du hast so einen riesigen Berg, den du erklimmen musst mit dieser Bachelorarbeit. Ich seh da die Gefahr Burnout, ganz ehrlich. Also ich glaube, du könntest richtig ... Also das ist ja was ganz anderes. Also das ist ja kein Burnout. Also grundlegend Burnout ist ja, wenn man ausgebrannt ist oder so. Genau, aber das ... Das ist ja überhaupt nicht so. Also Quatsch, weißt du, das ist ja ganz andere Faktoren. Wenn du schon Dungel nicht gucken kannst, weil du zu viel Arbeit hast, du antwortest auf keine Nachrichten, du antwortest auf keinen Anruf, du hast am Montag letzte Woche vergessen, die Folge zu posten, du bist ganz in einer fremden, anderen Welt. Und das ist für mich die Definition von Burnout. Also Entschuldigung, Burnout funktioniert anders. Das funktioniert eher so ein bisschen wie so eine, wie so eine ... Wenn du Wasser kochst, ne, dann ist das die ganze Zeit warm. Aber dann irgendwann brodelt es. Verstehst du, was ich meine? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Du bist völlig ... Okay, ich glaube, wir haben beide ... Erzähl mir keine Scheiße, Alter. Wir fragen jetzt einfach eine Expertin. Frau Dr. Farmos! Frau Dr. Farmos! Dr. Farmos! Hi. Guten Abend. Wir haben uns gerade über Burnout unterhalten. Und ich habe das mal quasi einfach diagnostiziert bei ihrem Gatten, weil ich schon da einige Anzeichen sehe, dass er ausgebrannt ist. Und dann ist uns aufgefallen, wir wissen gar nicht, was die genaue Definition ist. Was ist denn ein Burnout? Was hat das denn überhaupt auch mit ... Also kurz nochmal dazwischen geschoben. Was hat denn ein Burnout auch mit diesen Bränden in Australien zu tun? Ist ja auch ein Burnout. Ja, ja, genau. Damit hat das jetzt erstmal nichts zu tun? Wenn man vom Burnout spricht, dann bedeutet das eigentlich sowas wie Ausgebranntheit oder dass man einfach zu sehr belastet wurde, besonders im Beruf oder Ähnlichem. Was heißt denn Ähnlichem? Studium zum Beispiel. Und natürlich kann man auch als Hausfrau oder nicht arbeitende Person ... Wie geht denn das? Wie kann man denn als nicht arbeitende Person ein Burnout kriegen? Machst du nichts? Die ganzen Harzer, die haben doch keinen Burnout. Die ganzen Schmarotzer. Raus! Raus mit die Vieche! Nee gut, also es gibt bestimmte Risikofaktoren und manche Menschen sind einfach belastbarer als andere. Und Menschen, die diese Risikofaktoren erfüllen, sind einfach nicht so stark belastbar wie andere. Und das könnten dann auch Dinge sein, die für, sagen wir mal, für uns alle eigentlich ein normales Maß an Stress mit sich bringen. Könnte für so eine Person dann einfach extrem stressig sein und zu vielen Symptomen führen. Oder auch zu einem Burnout führen dann am Ende. Jetzt haben Sie ja neben Ihrer medizinischen Qualifikation auch die Situation, dass Sie mit dem Patienten Mast direkt zusammenleben und liiert sind. Deswegen meine Frage an Sie, ist das, was Herr Sebastian Mast gerade durchmacht, ist er Burnout gefährdet? Steckt er mittendrin? Steht er kurz bevor? Wie sieht's aus? Nun ja, also zum Burnout-Verlauf, da gibt es so ein Sieben-Phasen-Modell. Also es gibt da noch andere Modelle. Es gibt ein Vier-Phasen-Modell, ein Zwölf-Phasen-Modell. Aber das mit sieben Phasen ist das häufigst angewendete Modell. Und also es fängt eigentlich an mit ganz normal Ehrgeiz und Begeisterung für eine gewisse Sache. Und ich denke, dass das so ... Ja gut, dann können wir ja direkt sagen, das ist nicht der Fall. Das war's. Also dann, wenn das die Basis ist, dann ... So fängt das Burnout-Syndrom an. Das muss sich aber nicht so entwickeln. Ja, das hat sich ja nie so entwickelt. Was hat sich nie so entwickelt? Ich hab doch keinen Ehrgeiz. Ja, gut, dann halt nicht. Kerngesund, mein Lieber. Okay, was wäre die zweite Phase? Zweite Phase ist eigentlich das genaue Gegenteil der ersten Phase. Also dann, da wird aus dieser Begeisterung, wird dann eher sowas wie Überdruss der Tätigkeit. Aha. Dass man das überhaupt nicht mehr möchte. Aha, da sind wir wieder drin, Basti. Ja, man engagiert sich einfach nicht mehr so sehr wie vorher. Ja. Ja, und dann, was kommt dann? Kann man das schneller zusammenfassen? Okay, gut. Dann eher sowas wie, dann fängt man an, in depressive Stimmungen zu geraten. Dann wird dieses Desinteresse auch eher zu Gleichgültigkeit. Ja, dann kann es auch sein, dass man körperliche Symptome bekommt. Sowas wie Müdigkeit, aber auch Schlafstörungen. Das heißt, man ist zwar müde, kann aber trotzdem nachts nicht einschlafen. Aber das habe ich zum Beispiel immer. Man muss übel, Bauchschmerzen, ähnliches. Bei mir ist es aktuell richtig krass so. Ich bleibe immer so bis sechs wach. Ja, das ist auch deine Schuld. Deine eigene Schuld. Okay, gut, erzähl mir mehr. Jetzt sind wir in welcher Phase? Vier? Fünf? Da kommt ja nicht mehr viel. Jetzt sind wir schon in Phase sechs. Naja, gut, wenn man Burnout nicht behandelt, kann das zu Selbstmord führen. Also ich würde nicht sagen ... Das ist dann Phase acht, oder was? Na, eigentlich ist Phase sieben ist dann der Burnout. Und dieser unbehandelte Burnout, oder wenn man weiter in dieser Stresssituation stecken bleibt, kann sich das natürlich noch viel schlimmer entwickeln. Und dann Australien, oder was? 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 Ja, aber wie kann man das denn dann behandeln? Also klar, Selbstmord ist sicherlich immer eine Option, also keine wirkliche Option, aber das kann ja am Ende einer jeden Krankheit stehen, kann der Tod in irgendeiner Form stehen. Was kann man konkret tun, wenn man jetzt in der letzten Phase steckt und eben nicht das vorher bekämpft hat, sondern eigentlich sagt, äh, ich bin ausgebrannt. Also, Therme, Sauna, Füße hochlegen, reicht nicht, aber gar nicht schlecht. Schwimmen, Fahrradfahren, Playstation, Butter, was kann man machen? Hm, Butter, ja. Na gut, also man sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Kliniken, die sich nur mit Burnout-Patienten beschäftigen. Man sollte eine längere Auszeit von dieser Tätigkeit nehmen, die, äh, den Burnout, ähm, verursacht hat. Und sonst sollte man wirklich da Ärzten vertrauen, die dann wissen ... Aber was machen die dann? Kriegst du dann Pillen? Hey, was machen die denn dann? Löschen die dich mit so einem Feuerlöschen, oder was ist da los? Löschen dich bei Twitter. Ja, ist vielleicht manchmal auch nicht schlecht, Twitter zu löschen. Jetzt erzähl mal, was machen die denn dann? Die können doch nicht einfach sagen, ja, abrakadabra, dein Burnout-O-Isto ist weggerade. Ja, natürlich nicht. Das ist genauso wie eine Behandlung einer Depression oder anderen Krankheiten. Es braucht, äh, lang, man begibt sich dann so eine Art Therapie und, ja. Ach so. Also, es wird gar nicht, es geht hier gar nicht um ein echtes Feuer, oder wie? Ja. Das ist gut begrenzt, das ist schön. Sie streichelt gerade so meinen Kopf, als wäre ich so geistig sehr, sehr weit hinten, sag ich mal. Basti, hör doch jetzt mal auf mit diesen komischen Witzen, ey. Frau Dr. Farmos ist selbst schon in Stufe 4, wenn ich das hier so höre. Also, Entschuldigung, das hat ja wohl nichts mit Stufe 4 zu tun. Wir haben halt einfach Fragen. Entschuldigung, Frau Dr. Farmos, wie stellt sich das denn überhaupt dar? Was machen denn überhaupt Leute die ganze Zeit, wenn man das ... Frag doch nicht so aggressiv. Die ist doch auch völlig überfordert, merkst du doch. Ja. Das ist doch nicht Überforderung, das ist doch super einfach. hier mal gegeben, was zusammen zu googeln mit diesem gefakten Doktortitel oder was? Zusammen googeln? Ach, das ist mir alles so gleichgültig. Scheiße, Alter, da musste ich gerade hardcore lachen, weil es so hardcore overacted war. Jetzt ist mir aber alles gleichgültig. Romeo, mir ist alles gleichgültig geworden. Dr. Farmos. Ach ja, Dr. Med. Ab in die Klinik. Danke, Frau Dr. Farmos. Fairmos, ja, die ist Arbeit auf der Messe. Also, ich stehe, glaube ich, nicht vorm Burnout. Ich habe ja extra im Dezember die Therme besucht, obwohl man das ja auch sonst im Januar vielleicht machen kann oder im Februar oder irgendwie, wenn es mal schneit und so. Und zu meinen weiteren Freizeitbesuchen hat in der vergangenen Woche der Besuch in, ich würde fast sagen, Deutschlands bestem Freizeitpark gezählt. Bei Rundfunk 17? Ich war im Fantasia-Land, wie Apple Maps gesagt hat, bei der Navigation. Ist ja auch direkt in die Ecke. Genau, da ist der sogenannte Wintertraum, so heißt diese Veranstaltung. Das Fantasia-Land hat neben der Sommersaison, wie so gut wie jeder Freizeitpark, eben auch noch eine Wintersaison. Die gibt es nicht in vielen Freizeitparks. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit für Deutschlands besten Freizeitpark, um noch weitere Einnahmen zu generieren. Und da hat es halt, ich glaube, im Dezember, ich glaube, von Dezember bis Mitte Januar, hat der Bums dann quasi auf. Erstaunlich war, dass fast jede Attraktion aufhatte. Ich glaube, außer eine oder zwei wirklich alle, auch die Wasserbahn und jede Achterbahn und so weiter. Und die haben halt irgendwie ein bisschen so umdekoriert und haben dann da, weil es natürlich sehr früh dunkel wird, sehr viel mit Lichtern gemacht. Der Wintertraum, Lichter, Meer und so, was heißt das da? Und es gab dann gegen Abend eine Situation, ich tue mich schwer, das korrekt wiederzugeben, aber ... Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ja ein sehr großer Freizeitpark-Junkie. Das habe ich, glaube ich, hin und wieder schon erwähnt. Ich habe schon viele Freizeitparks in meinem Leben besucht. Viele Freizeitparks erlebt, immer waren sie frisch und ich war halt bisher immer nur im Sommer da. Und wir haben diese Tickets, wir waren zu viert da mit Freunden, wir haben die schon im Dezember bestellt, denn wir sind ja sogenannte Sparfüchse, MWD und da waren die halt billiger. Die normalen, wenn du die an der Tageskasse oder irgendwie drei, vier Tage vorher kaufst, dann kosten die das echt teuer, auch im Winter. 47,50 Euro. Und wenn man die halt ein bisschen früher bucht, dann waren es, war es die Hälfte. Also ungefähr, ich glaube, 24 Euro hat ein Ticket gekostet. Und dafür ist es ein guter Preis, gerade weil alles auf hat. Das heißt, wir waren aber auf den Tag festgelegt. Das war letzte Woche Donnerstag, also unter der Woche, Januar, keine Ferien. Deswegen, ich dachte, da ist ja keine Sau, da ist ja einfach niemand. Das wird ja komplett leer sein. Und morgens hat es sogar geregnet. Und während des Regens war für mich eine Mischung aus, geil, es kommt auch niemand spontan. Aber scheiße, es regnet halt total stark. War aber halt nun mal fix, verschieben ging nicht. Also rein in die Viecher und ja, morgens direkt geregnet. Es war aber dann zum Glück so eine halbe, dreiviertel Stunde, er hatte um elf aufgemacht, hat es recht stark geregnet und dann war Schluss mit den Viechern. Dann war trocken, also war in Ordnung. Es war aber höllisch voll. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leute herkamen. Es waren die Parkplätze komplett voll. Es hat geregnet. Der Park war relativ voll, aber man muss sagen, es hat sich sehr, sehr gut verteilt. Am Ende war es halb so wild und wir mussten auch nirgends groß anstehen. So, und dann sind wir hier, konnten auch mit allen Sachen fahren und hat auch alles super Fates gemacht, wie man im Volksmund sagt. Okay, was war dein Highlight? Was mir wirklich gut gefallen hat, meinst du? Ja. Also ich war ja zuletzt im Sommer 2018 dort. Deswegen, seitdem hat sich nicht so viel verändert. Natürlich gehört zu den Hauptattraktionen, gehören da die neue Achterbahn, Taron. Wobei so neu ist die dann, die ist auch schon ein paar Jahre. Es gibt in dieser Sommersaison eine ganz neue Achterbahn, die dann halt im Sommer aufmacht. Da bin ich sehr gespannt. Die ist aber noch irgendwie, man kann die auch kaum einsehen. Also man weiß gar nicht, was das genau wird. Aber irgendwie wird es eine Liga-Achterbahn. Deutschlands erste, wo man halt irgendwie nach vorne geneigt ist und abgeschossen wird. Whatever. Also aktuell ist das die neueste Achterbahn, Taron, die auf jeden Fall ein Highlight ist. Da muss man auch fast am längsten stehen. Aber richtig lang stehen, und das ist meine, ich würde fast sagen, Überraschungshighlight, musste man bei der VR-Achterbahn. Das ist eine Dunkel-Achterbahn, die es eigentlich schon seit den 80ern gibt in so einer Halle. Relativ unspektakulär bin ich vor zwei Jahren auch gefahren. Da war sie halt eher so ein bisschen ruckelig und unangenehm. Jetzt wurde die aufgepimpt im letzten Jahr und jeder Fahrgast bekommt eine Virtual-Reality-Brille angeschnallt. Was denn für eine HTC Vive oder so? Ich habe keine Ahnung, welche das war. So genau habe ich da jetzt nicht drauf geachtet. Du sitzt halt in diesem Zug und bekommst dann eine, und sie betonen es, gereinigt und desinfizierte Brille. Ich habe diesen Reinigungsprozess eine halbe Minute beobachtet, der hat fast gekotzt. Die gehen dann mit so einem alten Lappen einmal so rührisch vorne irgendwie einfach drüber. Aber du hast ja auch Kopfhörer auf und alles. Und hinten ist so eine Schnalle, weil die muss ja richtig fest sein, weil das ist ja eine echte Achterbahn. Das ruckelt ja. Alter, ich hätte fast gekotzt, als ich dieses Muff-Ding auf der Nase auf einmal hatte. Ernsthaft. Aber das war echt ein krasses Erlebnis. Ich habe noch nie so eine VR-Nummer vorher gemacht. Das Bild war richtig gut. Es war total synchron. Du hattest halt als Film so einen Animationsfilm von so Fledermaus-Dingern, so animiert, so nette, ja, Comic-Charaktere. Und hast quasi die Fahrt der Achterbahn auch als Strecke so gehabt. Und bist dann halt geflogen und so. Und das war richtig cool. Hat echt Spaß gemacht. Hat diese alte Achterbahn wirklich sehr aufgewertet, weil die halt vorher im Dunkeln ein bisschen, ne, gut, die ist dann 30 Jahre alt gewesen, ist halt in die Jahre gekommen. Und komplett dunkel ist auch kein Erlebnis, weil du halt denkst, okay, wir fahren eine Rechtskurve und man neigt sich nach rechts und dann auf einmal links und du wirst rausgerissen mit die Viecher. Also ist eigentlich sehr, sehr unangenehm. Das war eine coole Sache. Technisch mega. Da mussten wir so eine Dreiviertelstunde etwa warten. Das war auch die längste Wartezeit. Aber das ist ja sowieso ein ganz interessantes Phänomen mit Virtual Reality, VR kurz. Volksbankenreif. Weil du kannst ja theoretisch kannst du so durch, dadurch, dass dein Kopf darauf nicht ganz klar kommt, dass es so nah dran ist und dass du dich so bewegst, kannst du sogenannte Motion Sickness bekommen. Dadurch denkt dein Körper, er ist außer Kontrolle und er kann nicht ganz verstehen, wo er ist und dadurch wird dir schlecht. Oder gibt es Kopfschmerzen. Das wurde auch da im Wartebereich, der wirklich auch sehr mickrig gestaltet wurde, da hat man einfach irgendwelche Fototapete an die Alten. Das war vorher so ein Raumschiff-Weltall-Thema. Und da hat man einfach im Wartebereich, der wirklich extrem nach Schweiß, das ist ja eh das Problem. Sobald du da in so einem Indoor-Bereich bist, wir haben nicht Sommer, aber ich glaube, da sind noch die Schweißgerüche von Sommer. Die stecken da fest. Weißt du, wenn das so eine Mischung ist auf Wuff und Schweiß. Die haben die vielleicht auch mit diesem alten Lappen versucht wegzuwischen, diese Schweißreste. Wahrscheinlich. Und da gab es eben auch Schilde und da stand auch ganz klar, es kann sogar sein, wenn du Pech hast, dass deine Kamera oder dass deine VR-Brille nicht synchron ist mit dem Fahrtverlauf. Und das führt wohl dazu, dass allen Leuten Kotz schlecht wird, wenn das nur so eine halbe Sekunde verzögert ist. Und dann stand halt eben auch, falls es nicht synchron ist oder falls ihnen schlecht wird, dann nehmen sie während der Fahrt die Brille, aber behalten sie sie bitte, bitte, bitte fest. Wo ich auch so denke, okay, krass, also das ist echt, du siehst ja nichts. Du siehst nichts, du hörst nichts. Also du bist ja da echt sehr immersiv drin, wie wir Medienwissenschaftler da sagen. Und dann musst du während der Fahrt, und die ist wirklich recht lang, also die wird dreimal hochgezogen, die ist wirklich sehr, sehr lang. Sollst du dann dieses Ding abnehmen? Da hätte ich echt die Angst, dass das Ding wegfliegt und hinter mir eine Reihe dem in die hohle Fresse rein. Aber gut, ich glaube, das hat bei allen funktioniert. Das war auf jeden Fall so ein Highlight. Kommen wir zu den Lowlights. Ich bin ja Freizeitparkkritiker. Das große, eigentlich als Highlight verkauft, das große Ding des Abends ist, dass an jedem Abend theoretisch ein sogenanntes Feuerwerk den Tag beendet um Punkt 20 Uhr, aber man munkelt, so habe ich auch schon von anderen Freunden gehört. Dass Greta Thunberg dabei war und das aufgehalten hat. Das Phantasialand sagt wohl nicht selten, das kann heute nicht stattfinden aufgrund der Witterung. Und sie haben auch schon an dem Abend sehr, sehr oft durch die Lautsprecher gesagt, sehr Ja, mein Herr, bitte beachten Sie, dass das Feuerwerk vielleicht nicht stattfinden kann, wenn es regnet und wegen Wind und das wird kurzfristig entschieden. Und es hat halt dann einfach geregnet, dadurch, dass es so, natürlich wird das nicht stattfinden. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum bei minimal leichtem Regen kein Feuerwerk stattfinden kann. Ich würde mal vermuten, die Dinger gehen trotzdem hoch, wenn man, ne? Ja gut, du kannst das nicht wirklich einschätzen, lieber Reda Sonn. Ach, die wollen einfach Geld sparen. Du bist ja nicht drin. Ach, Quatsch. Die wollen einfach nur die... Hör auf mit deinen scheiß Verschwörungstheorien, du hast wieder eine Meinung zu irgendwas und keine Ahnung. Die schreiben dick aufs Plakat Feuerwerk jeden Tag, damit da die Allmanns anreisen, um mal wieder ein schön choreografiertes Feuerwerk zu sehen. Und dann ist da 50 Prozent der Zeit, wird der Sprengstoff einfach gespart. Ist doch gut so. Vor das Feuerwerk kommt, gibt es aber jeden Abend eine Show. Die Magic, wie hieß das? Mist Magic, Light, Mystery, Roses, Light Roses, was auch immer. Ist das mit diesem verhüllten Magier? Nee, das ist auch... Das ist halt wirklich sehr, sehr peinlich, weil man kennt mich ja, ich bin ein kritischer Mensch und ich diskutiere alles und kritisiere alles und versuche überall was Gutes zu finden, aber wenn ich was nicht gut finde, dann sage ich das und rede da vollspurig drüber. Perfekt auch im Feedback geben, das ist auch immer sehr, sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Das ist unter offenem Himmel, also nicht in irgendeiner Arena oder in irgendeinem Show-Theater, sondern da, wo diese, wo auch, warst du schon am Phantasialand? Bestimmt, oder? Ja, klar. Da ist doch dieses Kettenkarussell in der Mitte, dieses mit diesen Wasserdingern, die da hochgehen. Sehr, sehr zentriert. Und drumherum sind es so terrassenähnliche Dinger in so Stufen. Und da war in der Mitte eine Eisfläche aufgebaut, eine relativ große. Eine was Fläche? Eine sogenannte Eisfläche. Das ist ja der Wintertraum, wo man auch Schlittschuh fahren kann dann tagsüber und so. Ach so, da kann man, also es ist wirklich eine richtige Eisfläche. Genau. Und keine Schweißfläche, okay. Da sollte eben auch diese Show stattfinden. Und dann war da auf einmal, ich dachte, man geht dann da hin und guckt sich das an, aber nein, dann gibt es auf einmal so richtig Einlass und sowas und so. Du musst Schlittschuh fahren. Und so, nee, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe dann halt gedacht, weil wir haben uns alle um die Eisfläche versammelt. Naja, dann wird das halt so eine Show sein. Jetzt kommt gleich hier die Olga, die Eisprinzessin und dreht da ihre Runden. Und dann kommt so ein bisschen Musik, so Frozen-mäßig. Und dann hat die schöne Kostüme an. Und dann ist das eine Story und es geht das Feuerwerk hoch und ach ja, sowas. Und dann standen wir da und es war wirklich sehr, sehr voll. Und dann hat es auch noch geregnet, der hat dann aufgehört. Und auf einmal kommen dann so Mitarbeiter, die dann auf der Eisfläche den Regen wegschieben. Okay, ja, klar, damit die da besser Eis laufen können, dachte ich. Dann kam auch schon so, ich fand das ein bisschen respektlos, dass Menschen da geklatscht haben, weißt du, weil der den Regen weggeschoben hat. Entweder aus Gag, so nach dem Motto, ach, das ist die Show, aha, cool. Oder halt, ich fand das irgendwie, ich fand es irgendwie respektlos, weil es hat nicht zur Show gehört und jemanden dann zu applaudieren, der dann, egal. Der seine Arbeit tut. Gut, okay, gut. Und das ist respektlos, jemanden zu appreciaten für seine Arbeit. Okay, gut, das ist sehr, sehr interessant, das erklärt so einiges. Nein, aber die haben halt so getan, als wäre das der Show-Act, so nach dem Motto, du hast ja was drauf. Also es war irgendwie so abwertend. Ach, das war so ironisch. Natürlich ironisch, weil er da einfach bestimmt der Typ da angeklatscht hat. Ich hab komplett geklatscht. Nein, so und dann kamen noch mehr Mitarbeiter und was haben die gemacht? Die haben diese ganze Eisfläche eine Minute, bevor diese Show losgehen sollte, 19.30 Uhr sollte die losgehen, mit so Decken belegt, mit so ganz vielen kleinen Teppichdingern. Und dann war das gar keine Eisshow, sondern dann haben die daraus so eine Teppichbühne gemacht. Und dann, okay, hab ich gedacht, okay, krass, was ist das dann für eine Show? Und diese Show war das unangenehmste, das unprofessionellste, das peinlichste, das ich jemals gesehen habe. Denn die haben, das war so, die waren so ambitioniert. Die haben auf einmal 50 Leute auf diese Bühne geschickt, die sehr, sehr relativ klein war. Die Eisfläche, lass mich nicht lügen, war 50 Meter breit. Und diese Teppichfläche war aber nur 15 Meter breit. Und das heißt, es war auf diesem riesigen Eis ein relativ kleiner Park, wo da die Bühne war. Es gab so eine Art roten Teppich auf dem Eis. Genau, der war aber weiß. Und dann waren auf einmal so viele, ich will nicht sagen Schauspieler, aber wahrscheinlich waren die mal ursprünglich, hätten die gerne eine große Rolle gehabt, waren aber mehr, hat mehr so gewirkt wie so Laien. Als hätten die irgendwelche, hier der Karussellbremser, der da die VR-Brillen sauber macht, der macht nochmal den Tanz dann Abend. Die Chefin des Europaparlaments? Und die hatten halt alle, muss ich sagen, ja, ganz coole Kostüme an. Die waren dann später auch beleuchtet, das war cool. Aber die eigentliche Show, das war der größte Quatsch ever. Natürlich hat da keiner irgendwie krass getanzt, keiner hat live gesungen. Es war auch keine Story. Die haben versucht, eine Quatsch-Story zu verkaufen. Oh, die alte Frau mit ihren Rosen. Und die alte Frau wird von der Gesellschaft verstoßen. Und durch die Rosen werden aber alle, erstrahlen alle. Das war quasi die Story, die komplette Story dieses 30-minütigen Stücks. Und wie gesagt, kleines Stück, 50 Leute. Es war nicht synchron, es war eine Zappelei. Es hat mich erinnert an unsere Aufführung in der Grundschule. Die Tobis haben wir aufgeführt. Das war so eine komische Höhlenfamilie irgendwie. So genauso synchron und genauso chaotisch hat da diese Show, diese whatever-prämierte Highlight-Show. Gab es wenigstens Buh-Rufe oder sowas? Es gab tatsächlich Buh-Rufe und es gab, und das, ich, man hat gemerkt, alle haben am Ende, also der, der Schrubber hat da mehr Applaus bekommen, alle haben am Ende so einen Respekt-Applaus gegeben. Weißt du, so nach dem Motto, ja danke, dass ihr euch bemüht habt. Das, was jedes Mal eigentlich nach Rundfunk 17 passiert. Richtig wenig Applaus. Und selbst die Kinder, man sagt ja, ja, aber für Kinder ist das doch was. Guck mal, die Schöne, die waren ja auch alle, die eine Hauptdarsteller, die waren auch schön geschminkt. Die sahen auch jeder für sich einzeln ganz schön aus. Die Kostüme und die Lichter, ja, irgendwie alles ganz nett. Die Musik war auch okay. Aber selbst die Kinder haben es nicht gerafft. Und ich glaube, alle haben halt echt gedacht, jetzt kommt hier so Frozen-mäßig so ein bisschen Musik, so ein bisschen Schlittschuh vielleicht, so ein bisschen was. Und dann war es halt einfach so 50 Leute auf dem Teppich, bewegen sich irgendwie komisch und am Ende gehen ein paar Lampen an. Und dann kam halt doch das Feuerwerk, wo wir alle überrascht waren. Und das Feuerwerk hat halt mehr Applaus bekommen als diese Show. Das Feuerwerk war cool, das war dann auch so synchron und man stand genau richtig, das ist eben schön mit. Ich war mit Musik, das waren auch nur drei, vier Minuten, aber das war schön. Und dann hat es noch geschneit am Ende, so künstlicher Schnee kam runter. Das war quasi das wirkliche Highlight. Aber diese Show, ihr merkt, Freizeitparkkritiker Andredo richtig in Ratsch. Das ist ja echt krass, weil ich glaube, ich war noch nie in einem Freizeitpark bis zum Abend. Aber weißt du, Basti, es tut mir so leid, weil ich war in so einem Struggle aus, die haben ja dafür echt geübt, die haben da Geld reingepumpt. Hier sind gerade 50 Leute, die sich bemühen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Irgendjemand hat sich das ausgedacht, hat das mit dem Licht, hat das choreografiert. Das wird meine Bachelorarbeit, symbolisch. Und man sitzt die ganze Zeit und wir haben wirklich gelacht. Wir waren zu viert und wir sind keine schlechten Menschen. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das kann doch gerade nicht ernsthaft sein, dass die hier auf so einer Theater-AG, wir haben einen Monat Zeit, irgendwas zu üben, aber haben immer nur eine Stunde die Woche und viermal ist aber auch ausgefallen irgendwie. So hat das gewirkt. Und das Ganze in diesem professionellen Gewand und mit dem Wissen, dass die das als Highlight verkaufen. Das ist auf jedem Plakat hier in Köln, ist diese Show benannt. Und dann ist das so eine Panne und das tut mir so leid irgendwie. Das ist so, aber es war halt einfach unfassbar schlecht. Das ist traurig. Das ist ein bisschen wie bei uns Deutschlands bester Freizeitpark und man verkauft sich geil und am Ende ist aber irgendwie alles unangenehm und schlecht. Setz live. Vergleichbar ist das für mich mit so Promis. Promis, die so nach außen in Kuhl wirken und dann eigentlich in Wahrheit einfach gar nichts können. Beispielsweise Mark Forster und Lena Meyer-Landroth. Die Überleitung auf Doom and Darkness. Die sind ja ein sogenanntes Paar. Ich war ganz schockiert, als ich das letzte Woche gehört habe. Und ich weiß nicht, es ist offiziell, glaube ich, immer noch nicht bestätigt, aber Bild Plus hat anscheinend gesagt, doch, es stimmt auf jeden Fall. Ich habe bis zum Schluss gedacht, das kann niemals stimmen. Die passen überhaupt nicht zusammen, finde ich. Doch, ich finde, die passen perfekt zusammen. Weil beide so ... Die Lena ist doch so ein Püppchen. Die Lena sucht doch eher so einen Fußballspieler-Typen irgendwie. Nee, sucht die nicht. Mark Forster ohne Mütze, der hat einen schlimmeren Haarensatz als du. Pass auf. Nee, nee, das passt perfekt. Weil diese Lena Meyer-Landroth ist eher so ein bisschen zurückhaltend, Püppchen grau im Haus, aber so ein bisschen edgy und cool. Und die macht so, hey, Maxi, ich will dir kurz meine Brüste zeigen und so. Ey, jetzt hör auf, Basti. Es gibt Ärger, wenn du die so darstellst. Sie hat gute Anwälte. Aber pass auf. Pass auf. Und Mark Forster ist eher so der Schwiegersohn-Typ, aber der hat so ein bisschen edginess durch den Bart und durch die Kappe. Der hat sowas von überhaupt gar keine edginess. Aber der ist ein Schwiegersohn-Typ, das glaube ich schon. Und das passt perfekt, finde ich. Aber mein Highlight an dieser ganzen Sache ist, dass es halt super fame wurde. Und natürlich, wenn so etwas fame wird, besonders bei Twitter, dann gibt es sofort den ersten Twitter-Account dazu. Und dann gab es einen Mark Forster-Off-Account. Der ist mittlerweile leider gelöscht. Aber der hatte wirklich erste Sahne-Tweets und 1.500 Follower. Da steht in der Bio, das ist Mark Forster halt. Als Titelbild ist Lena Meyer-Landrut, wie sie so in die Kamera knutscht. Und dann steht da als Bio offizieller Account. Und jetzt möchte ich euch einfach mal so ein paar Sachen vorlesen, die ich wirklich erste Sahne fand. Aber es ist, man muss hier noch mal, glaube ich, betonen, bevor hier irgendwie Ralf Höcker kommt oder wer auch immer, es ist nicht der offizielle Account. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der gelöscht wurde, weil der als offiziell sich darstellen wollte. Und hat er auch in einem offiziellen Ton, also hat er auch versucht, dass es möglichst real wirkt? Oder wie war der positioniert? Ja, ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr real wirkte. Hast du noch Screenshots oder so? Ja, genau. Ich habe noch ein paar Screenshots davon, aber ich kann es einfach mal vorlesen. Also da hätte man fast eigentlich gar nicht das vom Original unterscheiden können. Lena will auf so langweilige Promi-Gala, aber ich will lieber mit meinen Shababs dicke Joints an der Straßenecke rauchen. Das wurde so gepostet. Ich finde, es ist schon ein ähnlicher Ton. Was sind Shababs? Was heißt das? Freunde, denke ich mal. Was ist das wohl für ein Slang? Aus welchem Milieu? Aus dem Shisha-Bar-Milieu? Ich weiß nicht, kann sein. Hier auch so was wie, machst du Lena an, musst du mit mir und meinen Jungs rechnen, du Nuttensohn. Das stelle ich mir vor. War das dein Account? Nein, das war leider nicht mein Account. Das ist nicht lustig. Das ist aber auch so geil random gewesen. Also wirklich, dieser Grind war so richtig random. Da hat er so einmal gepostet, als einer der ersten Tweets, ich stinke und dann direkt danach, ich bin in Geldnot, bitte schickt mir Geld. Das ist wirklich einfach hardcore random und wirklich ein erster Sahne-Twitter-Account. Leider ist er gelöscht. Ripperoni. Ja, kann ich mir gar nicht erklären, warum. Das ist ja ein starkes Ding. Also, dass es offensichtlich ist, warum, das hinterfrage ich nicht. Ich finde es trotzdem schade. Es gibt ja so manche Dinge, die zum Leid vieler zu Ende gegangen sind. Mein Lieber. Aber findest du die beiden passen zusammen? Ja, finde ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe, sie machen keine gemeinsame Musik, aber ich denke schon, dass sie, also ich glaube ja auch, weil immer alle sagen, oh, und das ist fake und inszeniert. Ich glaube gar nicht, dass das so ungewöhnlich ist, dass eben auch Promis miteinander auch zusammen sind und aus ähnlichen Branchen, weil man lernt ja auch oft Leute irgendwie beim Job, also es sind ja auch Leute, keine Ahnung, so hier die Sekretärin, die Bürotante ist, auch mit irgendjemandem hier aus der Buchhaltung mal zusammen und so. Und da sagt ja auch keiner fake, fake, fake und so. Deswegen, du siehst dich ja als Promi dann auch auf so Events ganz oft. Klar, du bist auch viel unterwegs und so, aber du hast halt irgendwie auch eine Gemeinsamkeit da. Und ich glaube auch, es ist schwierig, wenn einer Promi ist und einer so der Normalo, der gar nicht in die Öffentlichkeit will. Das gibt's auch. Und manchmal ist der dann irgendwie auch geheim. Stefan Raab hat das ja immer sehr gut gemacht, dass die ganze Familie überhaupt, also man weiß ja gar nichts, wahrscheinlich war da auch viel Arbeit dahinter, das auch so geheim zu halten und da auf der Hut zu sein. Ich glaube, ich hab mal gehört, der hat wirklich auch Anwaltskanzleien und Co. beschäftigt, die regelmäßig alles abgestalkt haben und rausgeballert haben aus dem sogenannten Inet. Keine Ahnung. Oder halt irgendwann sickert's durch oder aber der andere ist noch unbekannt und wird dann bekannt. Sowas gibt's ja auch. Wie bei ... Ja, das ist ja ein Beispiel. Daniela Büchner zum Beispiel. Eine sehr sympathische junge Frau, aktuell ja im sogenannten Duschgelcamp. Und ich denke, dass sie einfach auch ... Was ja auch passiert ist, was ja viel, finde ich, viel krasser ist, ist zum Beispiel halt die Freundin vom Wendeler. Ja, der Michael, der hat ja ... Da haben wir auch eine Frage bekommen, Basti. Kleine Sahne-Maus, ja. Die kleine Sahne-Maus, jetzt tickt er ganz durch. Wir haben von Teresa Themenvorschlag letzte Woche, am 10.1. Teresa hat gefragt, Laura Müller im Playboy, hot or not, hast du die sogenannten Euter-Bilder gesehen? Ich hab die Euter-Bilder gesehen. Ja, die sind ja überall durchs Internet kursiert. Ein paar Leute auf Twitter sind extra Playboy-Premium gegrindet. Alles hochgeladen. Und man hat sich das natürlich angeschaut. Und ich find's echt krass. Die sieht natürlich echt gut aus, aber die ist halt mit dem Wendler zusammen. Das find ich irgendwie weird. Ja, mein Gott, sie ist 19 Jahre alt. Was ... Wär schlimm, wenn sie Abnutzungserscheinungen hätte. Wär schlimm, wenn sie irgendwie operiert wäre künstlich. Nein, aber die hat auch wirklich einfach einen sogenannten Prachtkörper. Wenn man das mal so ... So ein sogenanntes Busenwunder. Ein Busenwunder. Ja, das Busenwunder. Ein Prachtkörper. Wenn man natürlich nach dem klassischen Schönheitsideal geht. Also, ob das jetzt hier mein Kink ist, sei mal dahingestellt. Aber grundlegend, nach Meinungsziele wahrscheinlich, einfach ein Busenwunder. Aber es ist schon krass, was das für Schlagzeilen auslöst. Guck mal, sie ist nicht mal im Dschungel. Der Wendler ist gerade in aller Munde. Der ist einfach überall präsent, wenn man Ibis guckt, jeden Tag durch Laura sowieso. Und Laura nimmt aktuell wirklich fast alles mit. Klar, warum auch nicht. Gibt ja auch Kohle, gibt Aufmerksamkeit. Ist vielleicht auch gerade ihr, kann man sagen, Job. Sie hat ja dann irgendwie die Schule, ich weiß nicht, ob beendet oder abgebrochen. Auf jeden Fall ist sie da gerade nicht mehr richtig. Und verdient, glaube ich, auch gerade gut Geld. Hat auch wie jeden Tag irgendeinen anderen Fitness-Tee bei Instagram in ihrer Story. Wer weiß, wo wir die noch so sehen. Ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Wochen, da wird es wieder einige Schlagzeilen geben, in welcher Trash-Sendung sie als nächstes irgendwie ... Aber ist die denn unterhaltsam als Person? Das frage ich mich. Nein, sie ist ja stinklangweilig alleine. Die ist wirklich stinklangweilig. Ich glaube, ich habe sie auch kennengelernt im Sommerhaus-Podcast. Aber immer nur im Duo mit meinem Michael. Und sie ist eine total nette. Ich glaube auch, dass sie sympathisch ist. Ich glaube auch, vielleicht ist es auch ein bisschen kalkuliert. I don't know. Aber das ist auf jeden Fall schon, so würde ich es beurteilen ... Was soll denn da kalkuliert sein? Naja, sie weiß natürlich schon, dass sie diese Aufmerksamkeit gerade nicht hat, weil sie Laura Müller ist, sondern weil sie die Freundin von Wendler ist, die noch nicht besonders alt ist. Emanzipation. Aber diese Beziehung ist auf jeden Fall nicht inszeniert. Davon bin ich überzeugt. Muss man halt gucken, wie langfristig das ist, wie sehr das wahre Liebe ist und so weiter. Aber ich habe auch schon damals gesagt, nach dem Sommerhaus, weil alle da schon gesagt haben, Laura muss ins Dschungelcamp, wo das noch gar nicht bekannt war. Ja, Laura, was ist noch die Runde? Man hat ja dann auch in der Bild die Schlagzeile gehabt, Laura geht in den Dschungel, dann auf einmal wieder doch nicht. Also es gab ja diese Gerüchte. Und ich habe ja die ganze Zeit gesagt, die wird stinklangweilig sein im Dschungel. Die war auch im Sommerhaus nicht besonders. Die war da einfach noch völlig, wie auch, die war völlig medienunerfahren. Das ist ein 18-jähriges Mädchen, das keinerlei Ahnung hat, das auch im Leben noch nichts Krasses erlebt hat, außer, dass sie mit Michael Wendler zusammen ist. Keine Ahnung, vielleicht ist die in zwei, drei Jahren interessant, vielleicht dann auch in irgendeiner Reality-Show, aber die hat ja per se nicht viel zu erzählen. Und wenn man sie irgendwo verpflichtet, dann ja nur in der Hoffnung, dass sie entweder was über Michael Wendler erzählt oder dass er direkt mitmacht oder jeden Tag mitkommt in die Show oder als Begleitung oder was auch immer. Aber gehen wir mal einen Schritt raus aus dem ganzen Thema. Natürlich Medien, das ist natürlich unser Ding. Was ist da los? Wie kann man das kalkulieren? Wie wird das in Zukunft so sein? Wie wird so eine Person, so ein Promi performen? Das ist natürlich auch ein interessantes Beispiel, was man jetzt beobachten kann, was so aus ihr wird. Oder wird sie halt fallen gelassen? Vielleicht wird sie uninteressant, sobald der Wendler halt nicht mehr seinen Hype hat. Das sind ja alles super interessante Mechanismen, die da greifen können. Aber ich möchte vielleicht so einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, okay, dieses ganze Playboy-Shooting, wie alt ist die, 19? Und die hat ein Playboy-Shooting. Da gab es ja eine riesige Diskussion um dieses Playboy-Shooting. Hey, sollte jemand, der so jung ist und so instrumentalisiert wird von den Eltern und den Michael Wendler und deshalb ist die jetzt mit 16 und muss irgendwie zu Angela Merkel. Moment, das war Greta Thunberg, die von ihren Eltern instrumentalisiert wird. Ich glaube, bei Laura ist es dann, wenn ist es dann der Wendler. Ich glaube, Laura instrumentalisiert sich selbst schon ganz gut. Und sie ist ja, mit 15 sind die doch fertig, Zitat Michael Wendler. Ich habe so Tweets gelesen, die echt erfolgreich waren, wo dann Leute so geschrieben haben, so ein Bild von ihr geschickt und dann, oh, dein Vater muss sicher stolz darauf sein. So ironisch halt. Da gab es ja auch Schlagzeilen. Also ihr Vater hat die Bilder gesehen und ihr Vater fand die Bilder ästhetisch. Die sind ja auch ästhetisch. Kann man doch auch als Vater, was soll man als Vater sagen? Eklig, mein Kind, eklig. Ich sehe die Brüste von meinem Kind. Bah. Was soll der Vater sagen? Ich finde das aber super. Also ich muss sagen so, komm, die ist eine selbstbestimmte Frau, die soll unbedingt ein Foto von sich machen. Aber Leute verurteilen das ja und das finde ich irgendwie ganz weird. Das finde ich auch gut. Das ist mir aber doch völlig egal. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, gab es im Playboy nie jemanden, in der 19 ist es das sowas Besonderes. Also sie ist ja nicht 17. Es gab früher in der Bravo die komplett nackten, die irgendwie 14 waren oder so. Also sie ist doch voll geschäftsfähig, wie man so schön sagt. Ist sie das schon mit 19? Ja, das ist sie auch mit 18 im sogenannten deutschen Lande. Klar, man kann immer noch, man kann auch sagen, oh, ihr Körper ist noch gar nicht, weiß ich nicht, fertig entwickelt oder auch ihre Psyche. Das sind ja alles keine Argumente. Das ist ja Quatsch. Was sind denn dann die Argumente, die wirklich, wo man darüber diskutieren kann? Ich kenne da auch gar kein Argument von. Oh, man sollte sich ja nicht so präsentieren, wenn man so jung ist. Dann ist es aber ja das Argument allgemein gegen den Playboy. Das ist das einzige Argument, das man führen kann, ist, dass man sagen kann, nicht auf Laura bezogen, sondern auf den Playboy bezogen. Man sollte sich dafür nicht ausziehen, man sollte nicht die Wichs-Vorlage für Halbdeutschland sein. Das ist ja dann, wenn, das Argument. Aber das ist ja nicht auf Laura oder auf ihr Alter zurückzuführen. Ja, richtig. Sehe ich absolut genauso. Gut, damit haben wir hoffentlich Theresas Themenvorschlag bearbeitet. Dann sehe ich noch einen Themenvorschlag, der kam am 11. Januar von Günter Krause. Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch der Günter Krause, war der am 11. schon draußen? Ich glaube, ja. Mal wieder was zum Thema Mais. Wohin mit den harten Maiskörnern in der Popcorn-Tüte, die noch nicht aufgeploppt sind. Man sich aber schon in den gierigen Schlund geschoben hat. Wieder rausholen und auf den Boden ballern, zurück in den Eimer. Wenn man zu zweit daraus ist, vielleicht eine Frage an Frau Dr. Farmos. Was passiert, wenn man nicht geploppte Maiskörner isst und danach viel Butter? Ich glaube, ich kann die letzte Frage schon mal beantworten. Ich glaube, wenn man Mais isst, meine Hobbys waren ja auch oder sind ja auch nach wie vor, ist dann der zweite Teil, nämlich Butter. Dann kommt Mais auch so wieder raus aus dem sogenannten innerhalb des Stuhlgangs. Das haben wir schon mal diskutiert mit dem Mais. Ich glaube, da ist jetzt nicht die Gefahr, dass im Enddarm irgendwie ein Popcorn aufploppt. Und zum Rest ... Ich finde, das ist situationsabhängig. Das ist sehr situationsabhängig. Entweder du sitzt halt auf der Couch, allein oder zu zweit, oder du sitzt im Kino. Im Kino ist das ja klar. Nein, wir sind ja hier schon. Günther schreibt ja schon, dass wir im Kino sind. Okay, also im Kino ist es ja super einfach. Du nimmst das Scheißding, schnippst nach vorne auf irgendeinen vor dir. Fertig. Problem gelöst. Er hat ja gar nicht geschrieben, dass wir im Kino sind, lese ich gerade. Aber ich gehe jetzt irgendwie von dem Kino aus, weil ... Ja, weil da steht ja auch sowas wie Popcorn-Tüte gepoppt. Genau, und Eimer. Einen Eimer habe ich ja nicht zu Hause. Da esse ich ja nicht aus dem Eimer. Sind wir Schweine oder was? Wie würdest du das denn handhaben im Kino? Also ich esse im Kino kaum Popcorn. Ist du immer Nachos? Nee, ich esse fast ... Also ich esse eigentlich gar nichts im Kino. Ich bin ... Lol? Ja, weil ... Hä? Ich weiß nicht. Ich habe dann da auch keinen Hunger. Und ich gehe ja in der Regel auch spätabends oder abends ins Kino. Dann esse ich irgendwie vorher was Richtiges oder man geht irgendwie gemeinsam essen. Und ich brauche jetzt ... Also ich meine, wie lange geht ein Film? Anderthalb, zwei Stunden in der Regel. Da kann mein Körper ohne Essen und ohne Trinken durchaus mal auskommen. Mal, wenn es sein muss, dann ... Oder wenn es irgendwie for free ist. Ich bin ja auf sehr, sehr vielen sogenannten Premieren. Ich bin ja ein Internetstar und werde dafür gebucht. Dann nimmt man sich das irgendwie mit. Aber ansonsten bin ich ehrlicherweise zu geizig. Ich weiß, dass damit verdienen die Kinos ihr Geld. Wir haben das ja auch hier schon alle vier Folgen irgendwie mal wieder thematisiert. Aber ich brauche es halt einfach nicht. Und ich esse schon auch Popcorn. Und ich bin übrigens ganz lame, wie, glaube ich, die Mehrheit in Deutschland. Team Sweet. Es gibt ja auch Team Salty. Das ist aktuell so ein bisschen der Trend. Und auch im Ausland ist es oft eher salty. Wie ist es bei dir? Team Sweet. Also das ist ... Ach, dieses Ganze ... Das ist ein Antitum. Das ist ein ganz klassisches Antitum. Besonders in Deutschland der Trend. Ich bin so ein bisschen ... Ich bin so ein bisschen Connoisseur. Die haben einmal ... Warst du, ist Popcorn süß? Ich schwöre drauf, es salzig zu essen. Hast du das noch nie probiert? Die ganze Welt ist es salzig. Als ich in Australien war, hat keiner süßes Popcorn gegessen. Ich schwöre dir, jede Situation genau so. Es ist einfach anti. So, es schmeckt nicht besser. Zucker, das ballert dir schön die ganze Rübe voll. Du hast wirklich geile Kohlenhydrate in der Fresse. Das macht dich happy, weil das einfach geiler Zucker ist. Du ballerst dir die Scheiße rein. Dazu ist der Scheiß Popcorn, das Popcorn selbst super fettig. Fett und Zucker geil. Geil, 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 geil. Es gibt nichts Besseres. Saufen, geil, Wochenende. Und dann sagen Leute so, nee, ich hätte das gehe bitte salzig, weil salzig, das hat so ein bisschen was Prickelndes auf der Zunge und wenn ich dann was trinke und das tut so gut. Und boah, nee, das ist wieder so, nee, das ist so Selbstgeistung. Selbstgeistung, um cool zu wirken in der Außenwelt, in Deutschland, das finde ich einfach falsch. Falsch, falsch, falsch. Okay, aber egal, ob Salz oder Zucker, die Frage war ja, was ist jetzt mit dem Maiskorn? Ballert man sich das in den Mund rein? Beziehungsweise er schrieb ja, es ist jetzt schon im Mund. Spuckt man das aus? Kaut man? Also ich kaue dann tatsächlich drauf rum? Ernsthaft? Wenn es schon im Mund ist, das so ... Ich nehm's raus und schnipp's nach vorne, fertig. Und dann von Weitem so, ah! Ja, so, ah! Welcher Pinnerballer ist ekelhaft? Ja, nee, ich baller mir das dann rein, aber da muss man schon hart draufbeißen. Aber ich habe sehr, sehr gute Zähne. Die kriegen das hinten im Backenbereich gut hin. Du bist so ein geiler Panzerknackergebissboy. Absolut. Okay, wir kommen zum Ende. Ich habe noch ganz kurzes Feedback aus der letzten Folge. Wir haben ja letzte Woche sehr, 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 sehr qualifiziert über den Weltkrieg gesprochen. Und über Iran und Irak und unsere allgemeine politische Bildung. Alles, was Thema Geschichte und so weiter angeht. Wir haben einen Tipp bekommen von Annika. Sie hat geschrieben, ich höre gerade eure Folge und ich habe keine Ahnung, ob ihr das kennt. Aber wenn ihr euch so über politische Sachen informieren wollt, hört die Presseschau vom Deutschlandfunk. Die erklären auch immer, wie verschiedene Zeitungen zu einem Thema stehen. Die Folgen dauern auch nicht lang, aber man glänzt damit vor seinen Freunden, weil man sehr schlau klingt. Vielen Dank, Annika. Den Podcast habe ich direkt abonniert. Ich habe auch gerade direkt abonniert. Ich habe auch nicht reingehört, weil mir das zu anstrengend ist. Ich möchte auch eigentlich mit meinem Leben, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Aber wenn man mal ein Thema hat, dann ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Und wir haben noch eine andere Antwort. Und das kommt voll häufig am Tag, Alter. Ja, die ballern das mehrfach, irgendwie zwei, drei Mal, morgens, mittags, abends, so oft, wie ich irgendwie Butter esse. Und deine Butter? Was ist denn das? Ist das jetzt dein neuer Signature-Move? Ist das so, du machst jetzt, woher hast du diesen Gag? Ich habe den Gag schon oft gehört. Das ist kein Gag, das ist mein Hobby. Also, das Hobby-Butter. Also, Entschuldigung, das habe ich bestimmt schon dreimal gehört irgendwo. So, dann haben wir eine Antwort bekommen von Tarek Laufer. Er sagt, moin moin, auf die Gelegenheit warte ich schon lange, dass ich euch beiden mal Nachhilfe in Politik geben kann. Also, die Situation zwischen dem Iran und dem Irak, beziehungsweise was da vorher passiert ist, ist relativ kompliziert. Das habe ich auch nicht ganz durchblickt. Okay, dankeschön. Man braucht es aber auch nicht, um ein bisschen zu verstehen, was da unten gerade los ist. Der Typ, der da von den USA getötet worden ist, ist ein hoher Offizier des Iran gewesen, mit ganz viel Macht und Einfluss. Laut der USA war er ein Terrorist, der unter anderem für einen Angriff auf die US-Botschaften in Bangkok verantwortlich ist und noch ganz viele schlimme Dinge getan hat. Dieser Anschlag auf die Botschaft war wohl der Auslöser, dass man ihn schlussendlich getötet hat. Er soll aber schon lange vorher auf dem Radar der USA gewesen sein. Der Iran ist natürlich davon wenig begeistert, dass man einer ihrer einflussreichsten Offiziere getötet hat und möchte Vergeltung. Was aber genau, ist schwierig zu sagen. Die Nachricht geht noch viel weiter. Tarek schreibt hier noch von Möglichkeiten von Anschlägen und so weiter und hat uns hier noch tausend Links gepostet. Vielen Dank. Auch das ist mir viel zu anstrengend, um das im Detail anzugucken, aber danke, dass du es probiert hast. Ich glaube, das ist das Problem, warum ich bei so komplex wirkenden Themen auch gar keinen Bock habe, mir das anzueignen. Weil du wirst keine Variante finden, die dir das geil portioniert, bequem und nett anschaulich so darstellt, dass du alles weißt, was man wissen kann. Vielleicht reicht es aber ja auch wirklich, sich überhaupt damit grob zu beschäftigen. Geht, geht. Also bei solchen tagespolitischen Themen geht es, es ist oftmals, was ich da das Problem finde an der Journalie, ist halt oft so, entweder du gibst dir einen Hintergrundbericht oder du kommst halt nicht mehr mit. Weil im Prinzip diese ganzen Nachrichten aufeinander irgendwo aufbauen, natürlich gibt es dann so leichte Hintergrundinformationen, aber dann bist du krass an der Oberfläche. Das, was wir gewusst haben, war halt crazy Oberfläche. Alles, was im Hintergrund ist, weil wir halt das Tagesgeschehen in dem Moment verfolgt haben, alles, was darunter ist, was noch viel tiefer ist, das hat niemand besprochen im ganz normalen Tagesgeschäft, außer halt so Hintergrundberichte. Und die haben wir uns natürlich nicht durchgelesen, die haben wir nicht angehört, weil wir einfach faul sind. Und ich bin da sowieso mit der Haltung, ich gehe bei solchen Themen, bei Nahostkonflikt und so weiter und so fort, gehe ich sofort fünf Schritte zurück, darüber würde ich auch niemals journalistisch irgendwie einen Kommentar schreiben oder sonstiges. Weil ich mir denke, das ist eins der komplexesten Themen, die es aktuell auf diesem Scheißplaneten gibt. Und da lasse ich meine Finger von. Weil das ist so, du machst da alles falsch. Alles, was du falsch machen kannst, machst du da wahrscheinlich falsch, egal wie gut du es tust. Und es ist unfassbar anmaßt, finde ich immer noch, überhaupt sich darüber, überhaupt eine Meinung zu bilden, wenn du keine Ahnung hast. Und da bin ich eher so, ich habe keine Ahnung, okay, bye. Ja, Gespräch beendet. Und auch dieses Gespräch heute ist beendet. Schön, dass ihr dabei wart. Ach stopp, nee, 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 ist es noch nicht, ist es noch nicht, ist es noch nicht beendet. Was ist jetzt los? Warte mal auf die Uhr geguckt, Mensch. Leute, wollen wir kurz ankündigen, was jetzt eigentlich mit dieser Bachelora bei dir ist? Ach, das haben wir ja, das steht noch aus, genau. Wir haben noch einige Ankündigungen für den Schluss. Genau, die Bachelorarbeit von Sebastian Mast, beziehungsweise der Audio-Podcast-Teil, der wird veröffentlicht in voller Länge. Dazu weitere Details demnächst. Auf jeden Fall wird das im Rahmen unserer Jubiläumswoche sein. Ja, ihr habt richtig gehört, das war ja Folge 98. Das heißt, in zwei Wochen gibt es hier Rundfunk 17, Ausgabe 100. Und das ist auf jeden Fall für uns wieder ein Grund für ein kleines Specialchen. Wie das genau aussieht, das verraten wir euch nächste Woche. Wohlgemerkt, dieses Special ist nicht die Bachelorarbeit. Nee, nee. Die Bachelorarbeit kommt um Top in der Woche, ne? Das ist doch ein Traum. Und wie das dann genau aussieht, ne, die 100. Folge, das wird sich dann klären, sobald wir es selbst wissen. Und wir müssen uns auch mal genau informieren, was wir da vorhaben. Denn 100 Folgen, das ist natürlich der perfekte Grund, um diesen Podcast endlich, endlich zu beenden. Wir arbeiten ja schon seit vielen, vielen Wochen drauf hin. Das fing ja jetzt schon an dieser Folge direkt im Intro an. Unser neues Intro. Wir leben schon viele Podcasts gehabt. Okay, wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge 99. Dann weitere Details, was in Folge 100 passieren wird. Schönen Dank. Genießt das sogenannte Schungelcamp, solange der Kontinent noch da ist und solange da noch auch ein paar Leute im Camp sind und alle sich hassen. Hashtag Ibis heute Abend nicht vergessen. Ich in der Klausur und so weiter. Wir sehen uns, wir lesen uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das war voll professionell. Hör doch auf, dass du zerstörst. Wir lesen uns, wir hören uns und wir schauen uns. Bei deinem Hitradio. Rundfunk 71. Wie peinlich. Ich sag hier nicht wieder was. Wir lesen uns, wir lesen uns, wir lesen uns.